Guten Morgen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen Tagen haben zwei Gewalttaten die Menschen auf der ganzen Welt entsetzt. Bei einem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch wurden am vergangenen Freitag mindestens 50 Menschen, darunter Frauen und Kinder, brutal aus dem Leben gerissen, mitten im Gebet. Dutzende andere wurden schwer verletzt. Viele von ihnen kämpfen noch immer ums Überleben. Ich habe meinem Amtskollegen unsere Anteilnahme ausgesprochen und den Überlebenden unsere guten Wünsche übermittelt. Am Montag wurden dann in Utrecht drei Menschen in einer Straßenbahn erschossen und drei weitere Personen schwer verletzt. Die Motive zu dieser Tat sind noch nicht geklärt. Ein terroristischer Hintergrund wird derzeit nicht ausgeschlossen. In Christchurch stehen wir nicht zuletzt fassungslos vor der Brutalität eines Attentäters, der den Tatort via Facebook in die ganze Welt verlegte. Sein Morden war in Echtzeit überall zu verfolgen und die Bilder sind heute kaum mehr aus dem Netz zu verbannen, weil es in dieser Welt mit ihrer Sensationsgier und Lust an der Gewalt bei zu vielen keinen Anstand und Respekt mehr gibt. Nicht einmal vor der Würde der Opfer und dem Leid ihrer Angehörigen. Wir müssen auch erkennen, dass es ebenso für die Versuchung gilt, das Attentat und die Bilder davon in den internationalen Beziehungen politisch zu instrumentalisieren. Die Tat hat offenbar ein Rechtsextremist begangen. Sein Angriff galt dem Fremden, den Muslimen. Er glaubte damit daran, dass daran lassen seine gruden Botschaften keinen Zweifel, den Terror von Islamisten zu rächen und er tötete auf diese Weise Unschuldige. Seine Wahnsinnstat zeigt, wohin verblendete Ideologie und blinder Hass führen. Wo er auftaucht, braucht es die entschiedene Gegenwehr des Rechtsstaats, so wie wir nicht nachlassen dürfen in unserem Kampf gegen die Gefahren des Islamismus. Wir wissen heute nicht, ob die Tat in Utrecht in einem Zusammenhang mit dem Anschlag in Christchurch steht. Aber wir wissen eins, Gewalt gebiert regelmäßig Gewalt. Und deshalb sind wir alle dazu aufgefordert, stärker zu differenzieren. Zwischen Menschen muslimischen Glaubens und islamistischen Terroristen klarer zu unterscheiden, unsere Worte besser zu wägen. Denn Pauschalierungen düngen den Boden von Ressentiments und Feindschaft, auf dem Taten wie in Christchurch wachsen. Egal, ob sie sich gegen Andersgläubige richten oder gegen Menschen mit anderer Herkunft, anderem Geschlecht, anderer Sexualität. Der Angriff in Christchurch richtete sich gegen Muslime. Aber er ging gegen alles, was menschlich ist. Er war nicht anders als der islamistische Terror. Ein Anschlag auf Toleranz, auf die Glaubensfreiheit, auf die Humanität ertraf Muslime. Aber er galt all den Werten, die uns gemeinsam wichtig sind, und wie wir die entschiedener eintreten müssen. Wir trauern mit den Menschen in Neuseeland und den Niederlanden. Und wir sehen unsere Pflicht, einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass sich Vergleichbares nicht wiederholt. Ich danke Ihnen. Es gibt eine interfraktionelle Vereinbarung, die Tagesordnung, um die der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Der Tagesordnungspunkt 5 soll abgesetzt, stattdessen der Tagesordnungspunkt 25 mit einer Debattenzeit von nunmehr 60 Minuten aufgerufen werden. Ebenso soll der Tagesordnungspunkt 9b abgesetzt werden. Der Tagesordnungspunkt 10 soll nach dem Tagesordnungspunkt 13 debattiert werden. Im Anschluss daran soll auf Verlangen der Fraktion der AfD eine Aktuelle Stunde mit dem Titel E-Scooter und Hoverboards jetzt bürgerfreundlich zulassen, flexible Mobilität schnell und innovativ ermöglichen, mit einer Beratungszeit von 60 Minuten aufgesetzt werden. Nach dem Tagesordnungspunkt 24 soll für die Anträge auf den Drucksachen 8546 und 8562 zum Thema Bekämpfung des Antiziganismus im Umfang von 38 Minuten debattiert werden. Daran anschließend soll der Antrag auf der Drucksache 8557 mit dem Titel Bonussystem zur Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen mit einer Debattenzeit von 38 Minuten aufgerufen werden. Unter Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. Wenn Sie mit all diesen Vereinbarungen einverstanden, das ist der Fall, dann ist das so beschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne haben die französischen Vorsitzenden der deutsch-französischen Arbeitsgruppe zum Élysée-Vertrag, Madame Sabine Tillay und Monsieur Christophe Arendt zusammen mit den französischen Mitgliedern der Arbeitsgruppe von Sylvain Massermann, Antoine Herth, Jean-Jacques Gaultier und Cécile Untermayer Platz genommen. Die Arbeitsgruppe hat die Verhandlungen der Regierung für den Aachener Vertrag vom 22. Januar 2019 begleitet und das gestern vom Deutschen Bundestag beschlossene deutsch-französische Parlamentsabkommen erarbeitet. Die durch das Abkommen neu gegründete deutsch-französische parlamentarische Versammlung, die aus 50 Abgeordneten des Bundestags und 50 Abgeordneten der Assemblée national besteht, wird sich am nächsten Montag in Paris konstituieren und ihre Arbeit aufnehmen. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags begrüße ich Sie sehr herzlich. Sie haben das durch Ihren Beifall schon zum Ausdruck gebracht. Ich wünsche Ihnen für Ihren Aufenthalt hier und für das weitere parlamentarische Wirken, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit unserer gemeinsamen deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, alle besten Wünsche. Herzlichen Dank. Und jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4. Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 21. und 22. März 2019 in Brüssel. Hierzu liegen zwei Entschließungsanträge der Fraktion Bündnis 90 die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 90 Minuten vorgesehen. Auch dazu höre ich keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Und damit hat das Wort zur Abgabe dieser Regierungserklärung die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich grüße sehr herzlich die Abgesandten des französischen Parlaments und sage für die Bundesregierung zu, dass wir mit der neu gegründeten parlamentarischen Versammlung, die wir gestern auch im Deutschen Bundestag beschlossen haben, eng und gerne und vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen. Meine Damen und Herren, heute und morgen findet der letzte reguläre Europäische Rat vor den Europawahlen im Mai statt. Eine Frage, das wir alle ja jeden Tag, hat uns in den letzten Tagen und Wochen besonders in Atem gehalten. Wie wird der Austritt des Vereinigten Königsreichs aus der Europäischen Union vonstatten gehen? Und leider muss ich Ihnen heute sagen, dass wir auch acht Tage vor dem formalen Ausscheiden Großbritanniens noch keine definitive Antwort auf diese Frage haben. Die britische Premierministerin Frau Dr. Theresa May hat gestern in einem Brief an Donald Tusk um zwei Dinge gebeten. Erstens eine positive Beschlussfassung des Europäischen Rates über das in Straßburg mit der Kommission vereinbarte Dokument, das sich mit dem sogenannten Backstop und seiner Interpretation beschäftigt. Ich glaube, dass wir sagen, dass ich heute hier sagen kann, dass wir als Europäischer Rat dieser Bitte nachkommen können, jedenfalls aus deutscher Sicht. Zweitens die Bitte um eine Verschiebung des Austrittsdatums auf den 30.06.2019. Über diese Frage werden wir heute unter uns den 27 Staats- und Regierungschefs intensiv diskutieren. Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden. Allerdings müssen wir beim konkreten Datum, 30.06., darauf achten, dass wir Ende Mai die europäischen Wahlen haben. Das heißt, die Zukunft und die Rechtmäßigkeit der Europawahl muss berücksichtigt werden. Aber über eine kurze Verlängerung kann man dann sicherlich positiv reden. Tiefer gehende Diskussionen über unser Verhalten werden wir aber für den Fall führen, dass es in der nächsten Woche zu keinem positiven Votum oder keinem Votum des britischen Parlamentes kommt. Dann werden wir uns offenhalten, ob es zu einem weiteren Treffen vor dem Austrittsdatum des Europäischen Rates kommen muss. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir eine geordnete Lösung des Austritts Großbritanniens brauchen. Das ist nicht nur im Interesse Großbritanniens, das wird in Großbritannien selbst diskutiert, sondern das ist auch im deutschen Interesse und vor allem im deutschen Interesse und im Interesse der 27 Mitgliedsstaaten. Ich bin überzeugt, dass das zentrale Problem, das ja im Grunde im Raum steht, letztendlich zu tun hat mit der Irlandfrage, mit dem Verhältnis der Republik Irland zu Nordirland als Teil des Vereinigten Königreiches und Nordirlands. Dass es immer wieder um diese schwierige Thematik geht, wie kann man im Blick auf die zukünftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien einerseits die Integrität des Binnenmarktes sichern, wenn es keine Zollunion geben soll, und das hat ja das britische Parlament so entschieden, und gleichzeitig das sogenannte Good Friday Agreement erfüllen, bei dem Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland ausgeschlossen sind. Dass das keine einfache Aufgabe ist, liegt auf der Hand. Aber wenn man eine geordnete Lösung will, muss man auch in den verbleibenden Tagen alle Kraft darauf lenken, dies möglich zu machen. Und ich glaube, durch die Austrittsdokumente, insbesondere die Ergänzung von Straßburg, sind hier wichtige und aus meiner Sicht auch ausreichende Schritte gemacht worden. Unabhängig vom Ausgang des Austritts streben wir aber vor allem zukünftig gute und enge Beziehungen zueinander an. Ich habe das oft hier gesagt. Das gilt für die Außen- und Sicherheitspolitik, wo die Zusammenarbeit mit Großbritannien, in der NATO und in den Vereinten Nationen unverändert sehr intensiv fortgesetzt werden soll. Und wenn wir als Europäer über die Verbesserung unserer Handlungsfähigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen von der NATO und Vereinten Nationen nachdenken, dann muss das Vereinte Königreich immer Teil unserer Überlegung sein. Das gilt aber auch für die Zusammenarbeit in der inneren Sicherheit. Der Bundesinnenminister hat darauf immer wieder hingewiesen. Wir haben eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das gilt auch für die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Forschung, wo in den letzten Jahrzehnten enge, fruchtbare Beziehungen entstanden sind. Internationale Forschungszentren wie das Genfer Kernforschungszentrum CERN oder die Internationale Raumstation ISS zeigen uns Tag für Tag, was wir leisten können, wenn wir eng zusammenarbeiten. Es bleibt der Sachverhalt nach dem Austritt Großbritanniens, wenn die Beziehungen zu Großbritannien nicht so eng sein können, als wenn Großbritannien Teil der Europäischen Union ist. Aber die Tür für eine enge Zusammenarbeit in Freundschaft und im gegenseitigen Nutzen steht von unserer Seite weit offen. So sehr wir auf eine geordnete Lösung hinarbeiten, so sehr bereiten wir uns allerdings auch seit Wochen und Monaten darauf vor, dass es auch einen ungeregelten Austritt Großbritanniens geben kann. Dazu wurden auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene auch hier im Parlament eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Auf europäischer Ebene wurden Regelungen getroffen, die auch nach einem ungeregelten Austritt Großbritanniens den Flug- und Güterverkehr zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zunächst einmal sicherstellen. Erasmus-Studierende sollen ihre Studien ohne Einschränkungen fortführen können. Britische Staatsbürger sollen für Kurzaufenthalte in der EU 27 von der Visumspflicht befreit sein. Auch hier in diesem Hohen Hause haben wir viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die größten Härten abzufedern. So sollen etwa britische Staatsbürger, die bei uns eine neue Heimat gefunden haben, auch weiter hier rechtssicher leben und arbeiten können. Wir haben Fragen zur Krankenversicherung in beiden Ländern gelöst und unsere Personalkapazitäten beim Zoll deutlich aufgestockt, um Engpasse bei der Warenabfertigung zu vermeiden. Und ich darf heute für die Bundesregierung sagen, auch wenn wir die wichtigsten Notfallmaßnahmen bereits getroffen haben, werden wir uns allerdings trotz dieser getroffenen Maßnahmen bis zum letzten Tag, ich sage bis zur letzten Stunde, dafür einsetzen, dass diese Notfallplanung nicht zum Tragen kommt, sondern dass wir auch in den verbleibenden zugegebenermaßen wenigen Tagen alles daran setzen, eine geordnete gemeinsame Lösung hinzubekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so schmerzhaft der Austritt Großbritanniens auch ist, so haben wir natürlich trotzdem sehr viel zu tun und müssen uns darauf konzentrieren und haben das in den vergangenen Jahren auch getan, uns mit der Zukunft der Europäischen Union der 27 Mitgliedstaaten in einer Welt zu beschäftigen, die sich zehn Jahre nach dem Vertrag von Lissabon, zehn Jahre nach der Finanzkrise und 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erkennbar global neu ordnet. Neue Wirtschaftswächte aus Asien, allen voran China, stellen unsere Art zu wirtschaften und zu handeln vor neue Herausforderungen, ich würde sagen vor fundamentale Herausforderungen. Wir erleben, dass der Multilateralismus zunehmend unter Druck gerät. Das System der multilateralen Zusammenarbeit hat uns in den vergangenen Jahrzehnten eine bisher nie dagewesene Epoche des Friedens und des Wohlstands gebracht. Und es steht für uns nicht zur Disposition. Wir gründen unsere Arbeit weiter auf die multilaterale Zusammenarbeit zum Gewinn aller. Europa hat als gestaltende Friedensmacht heute einen festen Platz in der internationalen Politik. Die Rolle Europas wird allerdings zunehmen in den nächsten Jahren. Europa ist ein Haupt der Demokratie und Menschenrechte trotz aller Anfechtungen, die wir auch innerhalb der Europäischen Union spüren. Europa ist ein Ort, an dem Minderheiten vor Verfolgung geschützt werden. Europa bedeutet, Freiheit zu sagen. Und es bedeutet eben auch, sagen zu können, schreiben zu können, glauben zu können, was jeder für richtig hält. Natürlich im Rahmen unserer gerechtlichen Ordnung. Und aus dieser Wertebasis heraus hat Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern in der Vergangenheit zwei große Versprechen gegeben, die es auch in der Zukunft gilt einzuhalten. Auf der einen Seite das Wohlstandsversprechen und auf der anderen Seite das Sicherheitsversprechen. Angesichts der weltweiten Dynamik ist es nicht mehr selbstverständlich, dass wir diese Versprechen auch so einfach einhalten können. Und deshalb ist es folgerichtig, dass die Debatte über unser Wohlstandsversprechen ein wichtiges Thema des heutigen und morgigen Europäischen Rates ist. Wir können zwar sagen, dass zehn Jahre nach dem Ende der internationalen Finanzkrise Europa insgesamt wieder in einer besseren Bilanz dasteht. Die Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem Tief, auch wenn immer noch viel zu viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, ohne Arbeit sind. Die Staatsverschuldung ist insgesamt leicht zurückgegangen. Für Deutschland können wir immerhin konstatieren, dass wir die 60-Prozent-Marke der Verschuldung in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt unterschritten haben. In den vergangenen Jahren ist die Wirtschaft der Europäischen Union als Ganzes gewachsen. Wir verzeichnen seit zwei Jahren in jedem einzelnen Mitgliedsstaat der Europäischen Union Wachstum, auch wenn sich die Aussichten zuletzt etwas eingedrückt haben. Wir sehen also, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Aber ich sage ganz deutlich, das reicht nicht aus, um in vielen Bereichen mit der Weltspitze mitzuhalten oder sie sogar zu definieren. Und zwei Bereiche ragen hier heraus. Das eine ist, dass wir alles tun müssen, um unsere gemeinsame Währung zu festigen. Hier ist vieles entstanden. Hier ist auch sehr viel gearbeitet worden. Ich möchte dem Bundesfinanzminister dafür danken. Wir haben Fortschritte gemacht bei der Banken- und Kapitalmarktunion. Aber es geht jetzt darum, sie schnell zu vollenden. Und dabei gilt für uns natürlich, ohne Risikoabbau kann es auch keine Risikoteilung geben. Aber das Einsetzen und das bewusste Einsetzen für einen starken Euro ist mehr als eine finanzpolitische Sache, sondern sie wird außerhalb Europas als ein Signal verstanden, dass Europa bereit ist, zusammenzustehen, dass Europa bereit ist, den Binnenmarkt auch wirklich zu leben, das bei Europa einheitlich auftreten will. Sie wissen, dass es gelungen ist, bei den Finanzministern deutlich voranzukommen mit einem Eurozonenbudget, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz weiter zu stärken. Ausgangspunkt waren hierzu die deutsch-französischen Einigungen. Wir arbeiten weiter entschlossen mit einer Reihe von Mitgliedstaaten an der Einführung einer gemeinsamen Finanztragsaktionssteuer. Allerdings ist die Geschichte der Schaffung dieser Steuer natürlich alles andere als eine einfache Sache. Und es zeigt sich, wenn wir nicht globale Übereinstimmung über bestimmte Dinge haben, dann ist es auch sehr schwer, sie lokal in der Europäischen Union umzusetzen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eine Chance, einen ersten Schritt zu machen. Und dafür auch noch einmal Dank an Olaf Scholz. Meine Damen und Herren, es gilt zweitens neben der Festigung der Währung darum, im Zeitalter der Digitalisierung zukünftige Arbeitsplätze in Europa nicht nur zu erhalten, sondern auch neue zu schaffen. Und unstrittig ist dafür die europäische Industrie der Schlüssel. Sie steht für 80 Prozent unserer Exporte. Und sie steht für 30 Millionen Arbeitsplätze in der Europäischen Union. Aber unstrittig ist auch, dass diese industrielle Basis vor großen Herausforderungen steht. Vieles ist heute definiert über das Management von großen Datenmengen, Big Data und über die künstliche Intelligenz. Daran wird sie entscheiden, wie die Produkte von morgen aussehen. Aber nur ein kleiner Teil der europäischen Unternehmen bestimmt dabei den Gang der Dinge. Viel zu viele neue Innovationen kommen aus den Vereinigten Staaten von Amerika und aus Asien. Und da gilt es in einem fairen Wettbewerb aufzuholen. Und zweitens, natürlich lebt unsere industrielle Basis vom Mittelstand. Aber die Wahrheit ist auch, dass im Blick auf Plattformen, Wirtschaft und anderes große Player notwendig sind, um auch Marktmacht zu erreichen und dem Mittelstand auch eine Entwicklungschance zu geben. Und deshalb werden wir über Industriepolitik, über strategische Fragen der Industriepolitik auf diesem Europäischen Rat sprechen, morgen. Deutschland und Frankreich haben hierfür einen Vorschlag gemacht. Viele andere Mitgliedstaaten haben auch ihre Vorstellungen eingereicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte uns nicht immer reflexartig darauf zu reagieren, wenn es um Industriepolitik und um strategische Industriepolitik geht. Das heißt mitnichten, dass der Staat an die Stelle der Wirtschaftsunternehmen tritt. Aber ich sage es an einem Beispiel. Wenn wir im Bereich der Automobilindustrie eine Vielzahl von ordnungsrechtlichen Regelungen machen, im Bereich insbesondere des Klimaschutzes. Wenn wir vorgeben, dass bis 2030 die Pkw-Flotten der einzelnen Hersteller um 37,5 Prozent die CO2-Emissionen mindern müssen gegenüber heute. Wenn wir oder gegenüber 2020. Wenn wir feststellen, wie die Lkw sich entwickeln dürfen. Wenn wir jahresscheibengerecht festgelegt haben im Nicht-ETS-Bereich, also in dem Nicht-Versteigerungsbereich von Zertifikaten. Wie die CO2-Emissionen jedes nationalen Staates in der Europäischen Union in den nächsten Jahren bis 2030 aussehen. Dann kann man doch nicht blind einfach sagen, das machen wir alles ordnungsrechtlich als Leitplanken. Aber um die Frage, wie sich die Mobilität in Europa entwickelt, wie dabei Arbeitsplätze erhalten bleiben, machen wir uns keine Gedanken. Und dann sage ich eindeutig, ich stimme dem Bundeswirtschaftsminister zu, wenn er sagt, dann können wir nicht einfach zusehen, wie große Teile der Wertschöpfungskette in Europa überhaupt nicht mehr angesiedelt sind. Und deshalb ist es doch wichtig, natürlich industrielle Partner zu finden, wenn es um eine Batteriezellenproduktion geht. Aber wir können doch nicht zuschauen, wenn uns Jahr für Jahr erklärt wurde, das sei vielleicht nicht so wichtig. Glücklicherweise sich diese Meinung jetzt verändert hat. Sondern wir müssen doch proaktiv und ausbrechend aus dem klassischen Beihilferahmen, der uns das nicht ermöglicht, Projekte, nein, Frau Baerbock, der klassische Beihilferahmen ermöglicht es uns nicht. Deshalb hat die Europäische Union auch sinnvollerweise strategische Projekte definiert, die wir schon in der Chipproduktion anwenden und die wir jetzt auch in der Batteriezellenproduktion anwenden können, wie nationale Fördermittel plus europäische Fördermittel, so gebündelt werden, dass wir aus dem Binnenmarkt auch wirklich Profit ziehen und transnational, nämlich über unsere nationalen Grenzen hinweg, große Innovationen auch begleiten. Und das ist richtig, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über eine solche Industrienstrategie sprechen. Anders werden wir im Übrigen das Potenzial des Binnenmarktes auch nicht heben können. Weil ansonsten jeder für sich alleine arbeitet. Und wir werden genauso eine Vernetzung in den Fragen der disruptiven Innovation brauchen. Wir werden genauso eine Vernetzung brauchen bei den Fragen der Chipproduktion. Das haben wir ja schon angestoßen. Und auch bei den Vernetzungen der künstlichen Intelligenz Deutschland und Frankreich wollen hier vorangehen. Und meine Damen und Herren, natürlich muss das alles zusammengedacht werden mit den Herausforderungen. Und dazu gehört auch eine kohlenstofffreie Produktion im Laufe dieses Jahrzehnts dazu. Und der industrielle Sektor wird natürlich einen riesen Beitrag dazu leisten müssen. Aber zu glauben, Ordnungsrecht sozusagen in einzelnen Bereichen anzusetzen und sich ansonsten über die Gesamtentwicklung keine Meinung zu bilden, das wäre der falsche Weg. Und deshalb halte ich diese Diskussion über Industriepolitik für ausgebrochen wichtig. Der zweite große Punkt ist, wie definieren wir unsere Handelsbeziehungen. Hier haben wir eine Vielzahl von Fortschritten gemacht. Ich erinnere nur an das Freihandelsabkommen mit Japan. Es stehen jetzt Gespräche mit den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Tagesordnung. Ich sage ganz offen, wir haben hier auch in diesen Gesprächen alles Interesse daran, dass wir nicht neue Zölle einführen, sondern dass wir Zölle abbauen. Dem fühlt sich die Bundesregierung verpflichtet. Allerdings stimme ich auch zu, wenn zum Beispiel die französische Position ist, zu sagen, wir brauchen ein Maß an Reziprozität. Wenn wir zum Beispiel zu amerikanischen Märkten bei öffentlichen Ausschreibungen in vielen Bundesstaaten keinen Zugang haben, dann muss sich das auf die Frage, wer hat von der amerikanischen Seite Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Deutschland, auch in gewisser Weise auswirken. Und das gilt noch mehr, die Frage der Reziprozität, wenn wir über China sprechen. Am 9. April wird es einen EU-China-Gipfel geben. Und den werden wir auf diesem Rat vorbereiten. Und das passt auch sehr gut zu der Diskussion über die strategischen Industriefragen. Natürlich ist auf der einen Seite China strategischer Partner und auf der anderen Seite China strategischer Wettbewerber. Und ich bin der Europäischen Kommission sehr dankbar, dass sie ein Positionspapier ausgearbeitet hat, dass sie in vielen Teilen, in denen es um die Beziehungen zu China geht und wo ganz klar formuliert wird, dass wir in gewisser Weise in einem Systemwettbewerb stehen. Wir setzen auf die freiheitlich geprägte soziale Marktwirtschaft. China setzt auf eine gelenkte Staatswirtschaft. Diese Widersprüche zu benennen heißt ja nicht, nicht gut zusammenarbeiten zu wollen. Man darf sie nur überhaupt keine Illusionen machen, dass wir hier in zwei unterschiedlichen Systemen arbeiten. Und deshalb kommt es darauf an, und hier hat es in der Vergangenheit sehr oft gemangelt, dass wir als Europäische Union, als die 27 Mitgliedstaaten auch eine gemeinsame Position gegenüber unseren Partnern auf der Welt vertreten. Das gilt gegenüber China, das gilt gegenüber den Vereinigten Staaten und gegenüber jedem anderen Land, meine Damen und Herren. Das zweite große Versprechen, das wir den Bürgerinnen und Bürgern Europas gemacht haben, ist das Sicherheitsversprechen. Die Einsicht, dass wir in Europa mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen müssen, teilen wir, glaube ich, alle. Das zeigen uns auch die Geschehnisse vor unserer Haustür. Ob ich an die Ukraine erinnere, wo die widerrechtliche Annexion der Krim jetzt ja gerade im Mittelpunkt oder auch noch einmal im öffentlichen Fokus stand, oder ob ich an Syrien und andere Konfliktherde erinnere. Und damit Europa zukünftige Antworten auf die neuen geopolitischen Herausforderungen geben kann, müssen wir natürlich nach innen und außen die Voraussetzungen dafür schaffen. In den letzten Jahren und auch heute noch hat uns das Thema Migration in besonderer Weise beschäftigt. Wir sind an einigen Stellen der europäischen Asylpolitik durchaus vorangekommen. Ich will hier an so eine eigentlich Selbstverständlichkeit erinnern, die wir jetzt endlich in Angriff nehmen. Ich bedanke mich beim Bundesinnenminister, dass das auch vorangetrieben wird, nämlich das EU-weite Ein- und Ausreiseregister, das dann 2020 auch wirklich funktionsfähig sein kann. Eigentlich, sage ich mal im Rückblick, hätte man es mit der Einführung von Schengen sofort vereinbaren müssen, wenn wir uns heute die Dinge anschauen. Es ist eigentlich eine Trivialität, dass man weiß, wenn man einen gemeinsamen Raum hat, dass man auch weiß, wer drin ist und wer ausreist. Aber lieber spät als nie, sage ich mal. Und jetzt geht es darum, das schnell zu schaffen. Wir haben einen besseren Schutz der Außengrenzen. Und wir haben auch eine neue Partnerschaft mit Afrika definiert, an deren Umsetzung wir allerdings noch viel zu arbeiten haben. Aber es gehört auch zur Wahrheit, dass wir längst nicht alles erreicht haben. Und es geht jetzt um die Frage, kann man unter den 27 Mitgliedstaaten unterschiedliche Formen der Solidarität für das Thema der Bekämpfung der illegalen Migration Migration und für eine Einführung einer regulären, legalen Migration übernehmen. Können Mitgliedstaaten unterschiedliche Verantwortung haben? Ich sage eindeutig ja. Aber ich sage auch deutlich, es kann nicht sein, dass einzelne Mitgliedstaaten erklären, dass sie sich an einer solidarischen Verteilung von Flüchtlingen nicht und gar nicht und überhaupt nicht beteiligen. Es geht also im Prinzip hier. Aber es kann natürlich ansonsten unterschiedliche Gewichte geben. Und dann, meine Damen und Herren, geht es um unsere Handlungsfähigkeit nach außen. Ich sage ausdrücklich in Zusammenarbeit mit der NATO und nicht anderweitig. Und da ist die Schaffung der ständigen strukturierten Zusammenarbeit PESCO von großer Bedeutung. Und wird dazu führen, dass wir eine militärische Kohärenz unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union erreichen, gerade auch was die Fähigkeit im Einsatz anbelangt. Und wird dazu führen, dass wir auch eine Rüstungsindustrie haben und Waffensysteme haben, die nicht so vielfältig sind, wie das heute der Fall ist, sondern gemeinsame Waffensysteme entwickeln für die Zukunft. Das ist allemal effizienter und besser für den Mitteleinsatz. Und, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier sind wir in einem Gebiet, das uns alle beschäftigt und wo es niemandem ganz leicht fällt, die Aufgaben der Zukunft auch wirklich zu akzeptieren und vollumfänglich unseren Beitrag zu leisten. Da geht es auf der einen Seite um die finanzielle Ausstattung. Darüber ist ja ausführlich diskutiert worden. Ich bitte, dass wir nicht nur das, was wir noch nicht geschafft haben in den Mittelpunkt stellen, sondern vielleicht auch mal das, was wir seit den Beschlüssen von Wales schon auf den Weg gebracht haben. Wir sind gestartet bei 1,18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der gestern vorgestellte Haushaltsentwurf sagt 1,37 Prozent voraus, dass in Zeiten des Wachstums, das ist ein Schritt, man kann sagen, das reicht noch nicht, aber wir sollten uns nicht selbst demotivieren. Und deshalb sage ich, das sind wichtige Schritte, die wir gemacht haben, im Blick auf die Bundeswehr, aber auch im Blick auf das Vertrauen in unsere Arbeit. Aber ich sage auch, wir haben jetzt mit 1,5 Prozent für 2024 eine Verpflichtung bei der NATO abgegeben und das wirkt sich natürlich auch auf die strukturierte Zusammenarbeit in der Europäischen Union aus, die nicht sozusagen die Erwartungen aller im Bündnis schon erfüllt. Aber dass wir diese abgegebene Verpflichtung nun wirklich auch einhalten, dafür stehe ich und dafür steht auch die Bundesregierung, meine Damen und Herren. Und das wird uns Kraft abverlangt. Und dann haben wir einen zweiten Punkt. Wir alle sprechen sehr schnell von europäischen Streitkräften. Wir sprechen davon, dass wir natürlich europäische Waffensysteme entwickeln müssen. Und das wird natürlich nur in Kooperation gehen. Und meine Damen und Herren, und ich will jetzt gar keinen hier sozusagen ins Visier nehmen. Es ist vollkommen unstrittig, dass sozusagen vernetzte Kooperation bei der Schaffung zukünftiger Waffensysteme, zum Beispiel eines zukünftigen Panzers unter deutscher Führung oder eines zukünftigen Flugzeugsystems unter französischer Führung, dass das Verlässlichkeit zwischen den Partnern bedeutet und dass nicht die Lieferung von wenigen Teilen dazu führen darf, dass andere überhaupt nicht mehr aktionsfähig sind. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, und den will ich heute hier nur ganz abstrakt nennen. Wir haben das, ich könnte das Urheberrecht genauso nehmen, wo wir uns um den Artikel 13 sehr sozusagen ja auseinandersetzen in diesen Tagen. Wir machen eine Koalitionsvereinbarung hier zu Hause. Wir schreiben etwas hinein, finden das auch alle richtig und stehen dazu. Und jetzt sind wir Partner innerhalb der Europäischen Union. Und jetzt kommt ein anderer Partner mit, aus seiner Perspektive genau so guten Gründen und sagt, ich sehe das aber anders. Beim Urheberrecht hat Frankreich gesagt, ihr könnt nicht alle Start-ups ausnehmen, das geht nicht für den Leistungsschutz, dann wird es dazu führen, dass es nur noch Start-ups gibt und es gibt überhaupt keinen Leistungsschutz für die Kreativen. Wir haben gesagt, wir sehen das ein bisschen anders. Das Europäische Parlament, Europa hat geschlagene, fast eine Dekade diskutiert, um zu einem Leistungsschutzrecht zu kommen. Müssen wir am Ende bereit sein, ein Stück auch von unseren Positionen abzugeben, damit andere auch Kompromisse eingehen? Oder sagen wir nein, einmal niedergeschrieben, Koalitionsvereinbarung 2017, null Veränderung. Ich glaube, dann können wir keine guten Partner sein. Und das ist natürlich hart, das ist schwierig. Und wir werden ja auch versuchen, das ohne die gar nicht genannten, in der Richtlinie gar nicht genannten Uploadfilter da auszukommen. Und ich sage das genauso für unsere Rüstungsexporte. Kann es sein, dass wenn Großbritannien eine andere Haltung dazu hat, oder Frankreich zu der Frage, wie man Einfluss auf arabische Partner nimmt, den Jemen-Krieg zu beenden, als wir glauben, dass das die richtige Methode ist? Kann es dann sein, dass wir sagen, mit uns gibt es keinen Teil mehr für irgendein Produkt, was in Großbritannien oder Frankreich gefertigt wird? Das sind die Fragen, vor denen wir stehen und nicht nur heute, für denen wir immer und immer wieder stehen. Und deshalb wünsche ich mir in diesem Hohen Hause darüber eine sehr grundsätzliche Debatte. Ansonsten gelten wir nämlich als moralisch überheblich, das kommt mir entgegen. Oder wir gelten als zu Prinzipientrauen, oder wir gelten als kompromissunfähig. Und wir können noch so viele Lippenbekenntnisse für ein tolles Europa. Und wie wir alle zusammenarbeiten machen wollen, die Wahrheit ist konkret, meine Damen und Herren. Das ist leider in vielen Fragen der Frage. Und wenn wir bereit sind, dieses Europa zu stärken, und ich finde, alles spricht dafür, dass wir das tun sollten, weil 60 Jahre Freiheit, 60 Jahre Frieden, 60 Jahre Wohlstand damit verbunden sind. Weil bei allen Problemen, die wir haben, Europa im Verhältnis zu vielen anderen Regionen der Welt saubere Luft und gute Bildung für unsere Kinder bedeutet. Europa bietet die beste medizinische Versorgung auf der Welt. Die höchsten Standards beim Verbraucherschutz und beim Datenschutz. Die Marktwirtschaft bietet den Menschen Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Entfaltung und gleichzeitig zu sozialem Schutz. Lohnt es sich, für dieses Europa weiter zu kämpfen? Ich sage ja. Es gibt aus meiner Sicht keine Möglichkeit, anderweitig unseren deutschen Wohlstand, unsere Art zu leben, besser zu schützen, als dies in einem gemeinsamen Europa zu tun. Das bestimmt das Handeln der Bundesregierung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt eröffne ich die Aussprache und erteile als ersten Redner das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Dr. Alexander Gauland. Herr Präsident, meine Damen und Herren, man muss nicht jede Wendung im Brexit-Drama für einen Ausweis jahrhundertealter Staatsklugheit in London halten, um dennoch hohen Respekt vor dem Ringen einer Nation um eine Grundfrage zu empfinden. Engelnd war immer zugleich drinnen und draußen, halb Europa, halb Indien. Zugleich europäische Macht und Weltmacht. Wie hat es Churchill einmal so unnachahmlich literarisch gegenüber de Gaulle ausgedrückt? Wenn ich mich zwischen Ihnen und Amerika, zwischen Ihnen und dem offenen Meer entscheiden muss, entscheide ich mich immer für das offene Meer. Und es wäre wirklich eine ironische Wolte, sollte eine Parlamentsregel, die auf das Jahr 1604 zurückgeht, eine dritte, diesmal vielleicht erfolgreiche Abstimmung über den Deal verhindern. Darf ich daran erinnern, dieses Haus, dass die Entscheidung zum Brexit auf demokratischem Wege gefallen ist. Die Mehrheit der Briten hat beschlossen, die EU zu verlassen. Ja, es war eine knappe Mehrheit. Doch diese Konstellation ist heute normal und historisch. Bedeutende Entscheidungen sind oft durch knappe Mehrheiten herbeigeführt worden. Es war eine demokratische Entscheidung. Also etwas, das in der EU eher selten vorkommt. Und was wir derzeit erleben, ist der Versuch, das unerwünschte Ergebnis einer demokratischen Entscheidung vielleicht doch noch rückgängig zu machen. Meine Damen und Herren, Spott ist kaum angebracht, wenn einer unserer ältesten und wertvollsten Verbündeten sich in politischen Krämpfen windet. Es sind eben nicht die Fehlinformationen der Brexit-Befürworter, die zu dieser Situation geführt haben. Es sind die zwei Seelen in der Brust jedes Engländers, die dieses Dilemma herbeigeführt haben. Und deshalb wäre es auch die Aufgabe der Bundesregierung, nicht beiseite zu stehen und dem Shakespeare-haften Drama seinen Lauf zu lassen, sondern beherzt einzugreifen, Frau Bundeskanzlerin. Das Paket wieder aufzuschnüren oder zumindest mit zusätzlichen Erklärungen zu versehen. Es kann doch nicht so schwer sein, den Briten den einseitigen Ausstieg aus dem Backstop zu ermöglichen. Und es fällt den 27 bei Gott kein Zacken aus der Krone für eine kurze Übergangszeit, die Niederlassungsfreiheit auszusetzen. Rosinenpickerei ist dafür das falsche Wort angesichts eines Dramas, das die Zukunft unseres Kontinents bestimmt und darüber entscheiden wird, ob Großbritannien, das uns jahrelang in Berlin verteidigt hat, uns auch künftig freundschaftlich verbunden bleibt. Denn Verletzungen, meine Damen und Herren, an den Seelen der Völker sind schwerer zu heilen als materielle Schäden. Gerade wir Deutschen können davon ein Lied sehen. Regelbasierte Multilateralität, kam bei Ihnen auch wieder vor, Frau Bundeskanzlerin, ist ein wohlklingendes Abstraktum, das niemanden zu seelischen Anstrengungen verführt und von Herrn Barnier repräsentiert, er abschreckt und spaltet als zusammenführt. Ein Appell der Bundeskanzlerin, an die Verhandelnden einen kleinen Schritt aufeinander zugehen, könnte da vielleicht Wunder wirken. Allerdings müsste man dafür von dem Gedankenabstand nehmen, der in Brüssel immer mitgedacht wird, die Briten dafür zu bestrafen, dass sie einen Weg gehen wollen, der in manchen Hauptstädten des Kontinents für politisch inkorrekt gehalten wird und der niemals auf eine Weise ins Freie führen darf, die Nachahmer anspornen könnte. Doch gerade darin müsste sich die Stärke der Europäischen Union erweisen, dass sie niemanden gegen seinen Willen festhält. Es ist unsouverän und ein Zeichen von fehlendem Vertrauen in die eigene Attraktivität, wenn man sich bei einer Trennung so aufführt wie die EU momentan gegenüber den Briten. Die Europäische Union, zu ihrer eifrigen Befürworter, sei kein Zwangsverband, sondern eine freiwillige Übereinkunft, die jedes Volk, jeder Staat, jederzeit auflösen können, wenn sie es für nötig halten. Es ist an der Zeit, dass die europäischen Regierungen das beweisen und Großbritannien eine ebenso faire wie kluge Chance geben, Frau Merkel. Ich appelliere an Sie, machen Sie damit den Anfang. Man wird nämlich den Eindruck nicht los, dass es der EU um anderes als um den Frieden Irlands geht, nämlich zu verhindern, dass Großbritannien zu einem deregulierten, von niedrigen Löhnen und niedrigen Steuern geprägten Wettbewerber der EU wird. Ihr Quid pro quo, wenn Großbritannien weiter den vollen Zugang zum EU-Markt will, muss es sich weiter an die EU-Standards zur Besteuerung, Beschäftigung, zu Wettbewerb und Umwelt halten. Also praktisch ein Mitglied ohne Mitsprachrecht. Zartere Gemüter würden das Erpressung nennen. Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, lesen wir immer von dem wirtschaftlichen Schaden, der den Briten durch den Brexit entstehen werde. Wir lesen aber nichts über den Schaden für die EU. Denn auch wir verlieren, meine Damen und Herren, Deutschland zuvörderst. Geben wir den Briten etwas mehr Zeit, aber nicht das Gefühl, aus einem Gefängnis ausbrechen zu müssen. Dazu müsste man freilich von all den Affekten, die zu einer schmutzigen Scheidung führen, zur Vernunft zurückkehren. Und ich kann nur noch mal wiederholen, Frau Merkel, machen Sie damit den Anfang. Denn das ist Politik im deutschen Interesse. Ich bedanke mich. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der SPD, Andrea Nahles. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Premierministerin May hat gestern um einen Aufschub für die Brexit-Frist gebeten. Wir schließen eine solche Verschiebung auch nicht aus. Aber klar ist auch, eine Verschiebung beantwortet die Frage nach einem geordneten Brexit natürlich nicht. Diese Antwort muss endlich von den Briten kommen. Und was wir hier erleben mussten in den letzten Monaten, kann man nicht anders nennen, als ein akutes Versagen der britischen Politik. Die britische Regierung ist zum wiederholten Mal nicht in der Lage gewesen, den ausgehandelten Deal durch das Parlament zu bringen. Und jetzt will Frau May zum dritten Mal genau denselben Antrag wieder vorlegen. Das ist eine Hochrisikostrategie. Ich sage angesichts der Bedeutung, die das für Briten und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Großbritannien hat, aber auch für ganz Europa, Frau May, gehen Sie endlich auf die Opposition zu, suchen Sie eine überparteiliche Lösung. Sie haben es in der Hand, auf dieser Schussfahrt nach unten noch zu wenden, Frau May. Sie haben es in der Hand. Enttäuscht bin ich als langjährige deutsche Parlamentarierin, allerdings auch von meinen britischen Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sieht, dass eine Regierung über Monate in so einer entscheidenden Frage für ein Land es nicht hinkriegt, dann muss man doch irgendwann das Heft des Handelns selbst als Parlament in die Hand nehmen. Dann muss man doch selber nach überparteilichen Lösungen suchen. Ich appelliere deswegen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die Abgeordneten, Investments auch von Parlament zu Parlament. Suchen Sie jetzt endlich eine überparteiliche Lösung. Haben Sie den Mut zu einer verantwortlichen Entscheidung für Ihr Land? Anders wird es doch am Ende gar nicht stehen. Und jetzt so kurz vor dem Ende der Frist muss man doch auch mal sagen, wenn es die Regierung nicht schafft, wenn es das Parlament nicht schafft, dann allerdings muss man das Volk fragen und dann brauchen wir ein zweites Referendum. Das ist dann die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt. Ich kann wirklich nur hoffen, und ich glaube, das tun alle in Europa, dass wir an dieser Stelle Bewegung sehen. Die Zeit ist knapp. Der Brexit, egal wie er jetzt kommt, ist eine Zäsur. Das ist kein Zweifel. Aber es ist auch festzustellen, der Brexit entscheidet nicht über das Schicksal Europas. Wir entscheiden über das Schicksal Europas, und zwar bei der Europawahl am 26. Mai. Ich halte das für die wichtigste Europawahl seit Jahrzehnten. Und es muss von dieser Europawahl ein Signal ausgehen für den Zusammenhalt in Europa, für Demokratie. Das ist das Entscheidende. Einer der Gründerväter der Europäischen Union, Jean Monnet, hat einmal gesagt, jenseits aller Differenzen und geografischen Grenzen gibt es ein gemeinsames europäisches Interesse. Und darauf hat auch wieder Präsident Macron erneut hingewiesen, auf dieses gemeinsame europäische Interesse. Und er hat etwas Neues gemacht, etwas, wo er auf Deutschland hinzugekommen ist. Er hat das Thema soziales Europa endlich auch mal ausbuchstabiert. Und deckungsgleich mit dem deutschen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD fordert Macron jetzt europäische Mindestlöhne, eine europäische Grundsicherung in jedem europäischen Land und der Kampf gegen Lohndumping. Ja, Leute, da sollten wir doch mal einschlagen, wenn Macron so was macht. Das ist doch genau auf der Linie unserer deutschen Politik. Denn ein soziales Europa ist im ureigensten deutschen Interesse. Es ist im Interesse der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn wir sie vor Lohndumping schützen mit einer Entsenderichtlinie. Es ist aber auch im Interesse der deutschen Unternehmen, wenn wir für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Es ist schlicht und ergreifend ein gemeinsames deutsches und europäisches Interesse. Deswegen ist es auch wichtig, denn wir haben eine riesen Wohlstandsgefälle in Europa. Und wenn Europa nur noch als Wirtschaftsraum wahrgenommen wird, wenn es eben nicht als ein Ort für alle Menschen, in dem es auch Wohlstand für alle gibt, wahrgenommen wird, werden wir den Populismus in diesem Europa nicht besiegen. Und deswegen ist soziales Europa ein deutsches Interesse und müssen wir soziales Europa vorantreten. Wir dürfen doch aus dieser Brexit-Geschichte eins lernen. Es ist doch ganz klar, dass wenn immer nur gefragt wird auf der europäischen Ebene, wo ist denn der nächste Rabatt, wer kann am meisten aus der EU rausholen, dann wird das nicht funktionieren. Was für die Demokratie gilt, dass wir Demokraten brauchen, die sie aktiv tragen, gilt genauso für Europa. Wir brauchen in Europa Europäerinnen und Europäer mit nationalen Wurzeln, aber mit einem kräftig schlagenden europäischen Herz. Darum muss es auch bei dieser Europawahl gehen. Es geht nicht darum, um es sehr deutlich zu sagen, weil das ja immer wieder unterstellt wird, nationale Differenzen und Interessengegensätze zu negieren. Die gibt es nämlich. Aber die Frage, wie wir sie austragen, ist doch der große Fortschritt Europas. Nicht mehr in den Schützengräben, sondern in Redeschrachten. So hat es mal Heidemar Riewick-Chorek Zeuge genannt. Das ist genau der Punkt. Und ich sage an dieser Stelle, es geht darum, unsere Konflikte zum Wohle aller aufzulösen. Und deshalb braucht Deutschland Frankreich. Und deshalb braucht Frankreich Deutschland. Und deshalb braucht Europa Frankreich und Deutschland. Und deswegen ist es so toll, dass wir wichtige Fragen immer im Duett beantworten, wie in Aachen mit der Parlamentarischen Versammlung und mit vielen anderen Punkten. Danke auch an die französischen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle. Vor diesem Hintergrund muss ich mich wundern, dass auch hier in Deutschland die innenpolitische Brille bei einigen den Blick aufs Wesentliche verstellt. Wir haben Weißgott Wichtigeres in Europa zu tun, als unsere französischen Freunde mit europapolitischen Symboldebatten zu provozieren und den EU-Sitz in Straßburg infrage zu stellen. Ich glaube tatsächlich, dass wir weitaus Wichtigeres in Europa zu bereden haben. Und ich sage an dieser Stelle auch etwas sehr klar. An der deutschen Regierung, an dieser Bundesregierung scheitert derzeit in Europa nichts. Weder die Urheberrechtsrichtlinie, noch eine ganze gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. An dieser deutschen Regierung scheitert auch nicht das Euro-Zonen-Budget. Da bin ich Frau Merkel für ihre klaren Worte auch dankbar. Noch eine, wie ich finde, wichtige Frage. Nämlich, dass wir endlich zu einer gerechten gemeinsamen Besteuerung auch von Amazon, Google und Facebook kommen. Auch da sind wir Vorreiter. Und auch das trat diese deutsche Bundesregierung voran. Und ich sage an dieser Stelle sehr klar, ich bin Bruno Le Maire und Olaf Scholz sehr dankbar, dass sie diesen Vorschlag gemacht haben. Es sind jetzt vier europäische Länder, die dagegen waren. Das entmutigt uns nicht. Es ist nicht untypisch, dass man im ersten Anlauf auf europäischer Ebene nicht immer alle sofort ansammelt. Das haben wir bei der Finanztransaktionsfall leidvoll gemerkt. Aber dieses Mal wollen wir, dass es schneller zum Erfolg führt. Gemeinsam haben sich jetzt alle darauf verabredet, dass wir eine gemeinsame Mindestbesteuerung in Europa machen auf der OECD-Basis. Und das ist doch hervorragend. Wenn das gelänge, wäre das sogar die beste Lösung. Und wenn es nicht gelingt, dann werden wir das zum Schwerpunktthema der deutschen Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr machen. Wir werden es ganz klar zum zentralen Auseinandersetzungspunkt machen. Aber es ist nun mal so, wir brauchen die Kooperationsbereitschaft anderer Europäer, um hier zum Erfolg zu sein. Es ist ein Paradebeispiel dafür, dass nationale Lösungen überhaupt nicht mehr ausreichen. Wir müssen es gemeinsam schaffen. Wir müssen es europäisch schaffen. Und wenn es am Ende eben nicht alle sind, dann machen wir es trotzdem europäisch mit denen, die es wollen, genau wie bei der Finanztransaktionssteuer. Das ist der Weg. Und deswegen brauchen wir Europa, um gemeinsam handlungsfähig zu sein. Ich sage an dieser Stelle sehr klar, dass ich auch der Meinung bin, dass an dieser deutschen Bundesregierung eine gemeinsame erfolgreiche Industriestrategie, und das ist ja Thema auch des Europäischen Rates, keinsterweise scheitern darf und auch nicht wird. Denn ich glaube, dass auch die deutschen Unternehmen sehr wohl ein Interesse haben, um es sehr klar zu sagen, ein gemeinsames Interesse daran haben, beispielsweise, dass deutsche Unternehmen und Bürger sichere europäische Server haben, wo sie ihre sensiblen Daten ablegen können und nicht auf andere angewiesen sind. Auch gemeinsame Strategien in der KI und Forschungspolitik, die wesentlich ambitionierter sein müssen, als sie es derzeit sind. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, auch da, ja, da schlagen wir auch ein. Dafür brauchen wir Europa. Wir wollen gemeinsam Politik machen. Wir wollen gemeinsam zur Stärke kommen. Nicht jeder nur auf seinen eigenen Misshaufen gucken, sage ich an der Stelle, sondern nicht nationale Interessen nach vorne, sondern gemeinsame europäische Strategien weiterentwickeln. Das ist unsere Politik. Der Europäische Rat wird auch mit der Klimapolitik befassen. Und ich sage auch an dieser Stelle sehr klar an diejenigen, die hier in diesem Parlament ja auch zu der Fraktion der Klimaleugner gehören, es wird keine Diskussion darum geben, ob wir unsere Klimaziele erhalten, sondern nur darum, wie wir diese Klimaziele erreichen. Allerdings, da müssen wir auch ganz genau gucken, dass wir die richtigen Schritte gehen. Und ich bin deswegen der Bundesregierung dankbar, dass sie gestern beschlossen hat, dass wir ein Klimakabinett bilden, wo die unterschiedlichen Interessen, die hier zusammenkommen müssen, die zum Erfolg führen müssen, auch an einen Tisch kommen und alle wesentlichen Fragen, sowohl die Interessen des Klimaschutzes als auch die Interessen der Transformationsnotwendigkeiten in der deutschen Industrie als auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichrangig miteinander verhandelt und zum erfolgreichen Ende beführt werden. Das ist eine gute Idee. Das ist eine hervorragende Lösung, dieses Klimakabinett zu machen. Und ich freue mich, dass viele junge Menschen für diese Frage jeden Freitag auf die Straße gehen. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, wir sollten sie ernst nehmen. Wir sollten nicht versuchen, abzulenken über Fehlstundendebatten. Denn es geht hier nicht um Fehlstunden. Es geht darum, dass sich eine ganze Generation von jungen Menschen politisiert. Und das ist doch verdammt nochmal eine gute Nachricht für unser Land und für ganz Europa. Die Europawahlen im Mai sind deswegen wichtiger denn je. Ich möchte deswegen alle Bürgerinnen und Bürger um das Folgende bitten. Machen Sie von Ihrer Stimme Gebrauch. Stimmen Sie für sozialen Zusammenhalt in Europa und für Demokratie. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Lindner. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Was wir seit Jahren, Monaten, Wochen, Tagen in London erleben, das hat Shakespeare-hafte Züge. Es ist die Selbstschädigung einer europäischen Gesellschaft. Und es legt auch die Axt an Vertrauens- und Glaubwürdigkeit einer ganzen politischen Klasse. Das kann einen nicht kalt lassen, wenn ein Partnerland sich selbst in eine so schwierige Lage manövriert. Herr Gauland, Sie haben das Referendum der Briten über den Brexit hier sozusagen als eine Sternstunde der Demokratie dargestellt. Wir haben auch Respekt vor dem souveränen Willen anderer Völker. Aber der Brexit wird nicht als Sternstunde der Demokratie in Erinnerung bleiben, sondern als der Scherbenhaufen den Populisten mit falschen Argumenten hinterlassen haben. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Unsere liberal-demokratischen Partner in Großbritannien plädieren bereits seit langer Zeit für ein zweites Referendum. Sollte es diese Chance geben, müsste die Europäische Union sie beantworten durch eine Verhandlung darüber, unter welchen Bedingungen die Briten in der Europäischen Union bleiben wollen, statt nur zu gestalten, wie der Austritt erfolgen soll. Der Brexit so oder so ist allerdings auch eine Chance für uns Europäerinnen und Europäer, nämlich eine Chance auf Erneuerung europäischer Politik und ihrer Institution. Es ist ein Appell an uns, uns auch neu unserer gemeinsamen europäischen Werte zu vergewissern. Nehmen wir unsere europäischen Werte ernst, auch in unseren eigenen Parteienfamilien. Und wenn wir europäische Werte ernst nehmen, dann kann eine Partei wie die von Viktor Orbán nicht Teil einer Partei sein, die sich in der Nachfolge von Konrad Adenauer und Helmut Kohl sieht. Volkswagen baut Arbeitsplätze ab. Bayer baut Arbeitsplätze ab. Wir erleben möglicherweise eine Bankenfusion in Deutschland, die massiv zu Lasten von Arbeitsplätzen geht. Die Konjunktur in Deutschland trübt sich ein. Und dann stellt sich eine Bundeskanzlerin bei der Regierungserklärung hier hin und sagt, wirtschaftspolitisch seien wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Da stimmen wir nicht zu, Frau Bundeskanzlerin. Wir sehen uns nicht auf dem richtigen Weg, weder in Europa noch in Deutschland, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssten jetzt das Ölzeug anziehen und uns wetterfest machen, weil einiges an stürmischen Zeiten auf uns zukommt. Und was gibt es da an Angeboten? Was gibt es da an Angeboten, mit denen wir in Europa werben könnten? In Deutschland wird ausgerechnet nach Ihrem Haushaltsentwurf im Ministerium für Bildung und Forschung gekürzt statt zusätzlich investiert. Das ist doch kein Signal nach Europa vor einem europäischen Gipfel, wo es um Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung von Arbeitsplätzen geht. Wo sind die Initiativen für Freihandel, für einen digitalen Binnenmarkt, für Technologien, ja auch für Entlastung und für Investitionen? Was wir gehört haben von Frau Nahles und von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, ist ausgerechnet das hohe Lied auf eine Steuererhöhung. Sie nennen es Finanztransaktionssteuer. In Wahrheit werden aber Finanztransaktionen bei dem Plan von Herrn Scholz und anderen gar nicht ins Zentrum genommen, sondern auch die Aktienkäufe von privaten Kleinaktionären. Und das ist nicht ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit, sondern zur Verschärfung von Verteilungskonflikten. Also, wir wünschen uns in Deutschland und Europa eine Politik, die tatsächlich Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Stärke und Arbeitsplätze sichert. Und das steht im Zusammenhang auch mit einer gestalterischen Klimapolitik. Ja, das Weltklima macht Menschen Angst. Aber der Klimawandel und die darauf antwortende Politik verursacht auch Verteilungskonflikte. Das ist die Spannbreite, in der wir uns bewegen, zwischen Greta- und Schülerprotesten einerseits und andererseits den Protesten der Gelbwesten in Frankreich, wohinter harte Verteilungskonflikte stehen. Und das beantwortet man dadurch, dass wir Klimaschutz verbinden, mit einer Politik, die Freiheit und Wohlstand sichert. Sie, Frau Merkel, Sie, Frau Merkel, ich kann das gar nicht höflicher sagen, Sie haben mit der kurzen Szene, wo Sie hier beschrieben haben, wie in Jahresscheiben sektorübergreifend Klimaziele in Europa dargestellt werden. Sie haben hier geradezu eine Karikatur der Planwirtschaft vorgetragen. Und haben dann im Anschluss begründet, warum man jetzt deshalb Industriepolitik machen müsste, zum Beispiel durch staatlich arrangierte Batteriekonglomerate. Frau Merkel, Sie bieten schlechte Lösungen für Probleme an, die Sie selbst geschaffen haben. Denn was wir bräuchten, was wir eben bräuchten, wäre Technologieoffenheit. Ja, selbstverständlich, Batteriefertigung in Europa sicher, Forschung dort. Aber ich würde erwarten, dass die deutsche Bundesregierung bei unserer Schlüsselindustrie-Automobilbranche, dass sie in Brüssel vorstellig würden und erklären würden, wir wollen die Klimaziele auch im Verkehrsbereich erreichen. Wir wollen auch die ambitionierten Flottenziele beim CO2 erreichen. Aber wir setzen uns für Technologieoffenheit ein. Und deshalb werden zukünftig auch synthetische Kraftstoffe und negative Emissionen angerechnet auf die Flottenverbrauchsziele. Das wäre Marktwirtschaft, Technologieoffenheit und es wäre im Deutschen Standortinteresse. Nichts dergleichen hören wir. Und übrigens, wer Flugreisen den Menschen rationieren will, der wird auch nicht auf dauerhafte Zustimmung treffen. Dagegen werden die Menschen sich wehren. Die Antwort wäre nicht, den Menschen die Fernreise zu verbieten, sondern dass Europa der weltweit führende Spitzenstandort wird für Flugmobilität auf Wasserstoffbasis. Denn die ist CO2-neutral und erlaubt den Menschen auch die Welt zu sehen. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Frau Merkel, an einer Stelle Ihrer Rede waren Sie besonders leidenschaftlich. An einer Stelle. Und das war ausgerechnet die Stelle, wo Sie Upload-Filter begründen, also die europäische Frage, die die meisten Menschen gegenwärtig gegen die Europäische Union auf die Palme bringt. Ausgerechnet da zeigen Sie einmal Leidenschaft. Und ich halte Ihre Leidenschaft an dem Punkt für nicht glaubwürdig, Frau Merkel. Denn es war doch Deutschland, das in den vergangenen Jahren in der Energie und Klima und insbesondere in der Migrationspolitik fortwährend Alleingänge gegen unsere europäischen Partner vorgetragen hat. Selbst auch Kramp-Karrenbauer hat das inzwischen eingeräumt. Also da ist das hohe Lied auf Multilateralismus nicht angezeigt. Herr Präsident, mein letzter Gedanke. Man fragt sich, wenn wir schon in Europa auf Sicht fahren, angesichts der Ereignisse in der Welt und auf unserem Kontinent, wer steht am Steuer? Denn auf Emmanuel Macron antwortet nicht die Bundeskanzlerin, sondern die neue CDU-Vorsitzende. Das mag ja in Ordnung sein. Aber ob jetzt das europäische Leitprojekt wirklich ein Flugzeugträger sein kann, wo unser Segelschulschiff kein Wasser unter dem Kiel hat, das halte ich wirklich für eine Frage, mit der man schnell das europäische Einigungsprojekt der Lächerlichkeit preisgibt. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, alle Redner haben mit dem Brexit begonnen. Und ich glaube, das ist auch notwendig, angesichts der Dinge, die wir momentan erleben. Ich möchte nur auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, egal was momentan in Großbritannien passiert, egal wie und ob wir uns ärgern, die Briten bleiben unsere Freunde. Die Tür für Großbritannien, meine Damen und Herren, bleibt offen. Die zweite Bemerkung dazu ist, es ist ein bisschen tragisch. Eigentlich wollen wir uns ja jetzt dem Europawahlkampf widmen. Wir wollen darum ringen, was sind die besten Konzepte für die nächsten fünf, für die nächsten zehn Jahre in Europa. Und wir sprechen über den Brexit. Und deswegen sollten wir vielleicht also trotz aller Müden, die wir momentan in Brüssel haben, den Akzent auf unserer Diskussion in den nächsten Wochen hier verschieben. Wir sollten darum ringen, welche Definition wir von diesem Europa haben. Und wer darum gerungen hat, ist unser Spitzenkandidat Manfred Weber. Der hat nämlich ein Bewerbungsvideo gemacht. Und wer sich dieses Bewerbungsvideo anguckt, der könnte sich vorstellen, dass in diesem Video ein Spitzenpolitiker ist, der irgendwo in Brüssel mit anderen wichtigen Menschen spricht. Und Manfred Weber hat es genau anders gemacht. Dieses Video, wo er sich um diese europäische Spitzenkandidatur bewirkt, da zeigt er sein niederbayerisches Dorf. Er zeigt, wie er dort in den Laden geht. Er zeigt, wie er mit Freunden im Gasthaus sitzt. Er zeigt, wie er dann auch entsprechend in die Kirche geht. Und ich glaube, das ist die Botschaft von diesem Europa. Dass wir ein Europa der Heimaten haben. Ein Europa der verschiedenen Heimaten, meine Damen und Herren. Und Europa ist halt nicht nur Brüssel, sondern Europa ist Niederbayern. Europa ist Piedmont. Europa ist Normandie. Europa ist Siebenbürgen. Europa ist Kreta. Und Europa sind die Regionen, aus denen wir stark werden. Und wenn wir dieses Europa in den nächsten Wochen argumentieren, dann haben wir auch gute Chancen, erfolgreich zu sein, meine Damen und Herren. Und ich glaube, wir werden den Menschen eins klarmachen können, dass Europa diesen Heimaten nichts wegnimmt, sondern dass Europa was dazu gibt, wenn wir es richtig machen. Und es ist in der vergangenen Zeit sehr viel richtig gemacht worden in diesem Europa. Wir gefallen uns ja gerne darin, immer zu argumentieren, was falsch gelaufen ist. Es ist viel richtig gemacht worden. Wir haben eine Plattform mit Europa, mit der Europäischen Union entwickelt, wo wir gemeinsam Probleme lösen. Wir haben gemeinsame Märkte geschaffen. Wir haben ja auch gemeinsame Umweltstandards gesetzt. Wir haben Mechanismen entwickelt, wenn es in einem oder anderen Land nicht so gut läuft. Und wir haben viele, viele andere Dinge zusammen in diesem Europa auf den Weg gebracht. Und ich möchte an eine Sache auch erinnern. Dieses Europa hat viele Krisen überstanden und ist stets stärker heraus hervorgegangen. Diese Europäische Union hat den Kalten Krieg nicht nur überstanden, sondern ist stärker heraus hervorgegangen. Diese Europäische Union hat die Balkanauseinandersetzung nicht nur überstanden, sondern ist stärker heraus hervorgegangen. Die Länder sind heute größtenteils Mitglied unserer Europäischen Union und werden keine Kriege mehr gegeneinander führen, meine Damen und Herren. Dieses Europa hat die Bankenkrise überstanden und ist stärker heraus hervorgegangen. Und dieses Europa und die Bundeskanzlerin hat es an den Wirtschaftszahlen gerade gesagt, ist aus der Staatsschuldenkrise stärker hervorgegangen. Wir haben die Arbeitslosenzahlen verbessert. Wir haben auch die Staatsverschuldung verbessert. Man mag sich nur anschauen, wie hoch die Verschuldung in Europa ist und wie hoch sie in den Vereinigten Staaten ist. Wir sind stärker immer heraus hervorgegangen. Und wir haben das Leben der Menschen, meine Damen und Herren, besser gemacht. Wir leben hier seit 74 Jahren in Frieden. Und das hat ganz viel mit der Europäischen Union zu tun. Es leben Völker in Freiheit, meine Damen und Herren, die vor 30 Jahren nicht darüber nachgedacht haben, je in Freiheit leben zu können. Es haben Menschen Wohlstand in Teilen von Europa, die noch vor 20 Jahren bitter, bitter arm waren. Meine Damen und Herren, es ist so viel richtig gemacht worden in diesem Europa. Und da sollten wir doch auch einfach mal drüber reden, auch in diesem Europawalkampf. Und natürlich, es ist doch niemand naiv und sagt, es ist alles gut. Um Gottes Willen, nein, es ist nicht. Und wir können die Geschichten erzählen, die sind Legionen, von der Gurke bis missglückte Verhandlungen zu Rettungspaketen. Das ist doch wahr. Das ist doch richtig. Aber wir können da zwei Schlüsse rausziehen. Der eine Schluss ist, dass wir sagen, wir reißen dieses Europa, diese Europäische Union mit all den Sachen, die ich gerade beschrieben habe, wieder ein, weil wir denken, national geht besser. Oder wir geben die zweite Antwort, und das ist unsere Antwort, indem wir sagen, nein, wir wollen dieses Europa besser machen. Wir wollen es weiterentwickeln. Und ich möchte Ihnen einige Beispiele dafür geben, wie wir dieses Europa weiterentwickeln können. Nehmen wir diesen wirtschaftlichen Bereich, und der ist wichtig, weil durch Wirtschaft wird auch Einkommen, Arbeit und Wohlstand generiert. Wir müssen die Wirtschaftsplattform Europa weiterentwickeln. Und die Begriffe sind alle gefallen, sie sind wahr. Wir brauchen eine Kapitalmarktunion, damit das Geld auch überall in Europa dahin kommen kann, wo es gebraucht wird. Wir brauchen eine Digitalmarktunion. Es ist ganz einfach so, wir haben tausend Jahre unterschiedliche Entwicklungen gehabt bei Güter- und bei Dienstleistungsmärkten. Und das versuchen wir mühsam irgendwo wieder zusammenzuführen im Rahmen der Europäischen Union. Jetzt haben wir eine neue Welt, die digitale Welt. Wir können sie von Anfang an gemeinsam aufbauen. Das ist doch eine großartige Gestaltungschance für uns alle. Wir haben gerade über Energie geredet. Ja, wir brauchen auch eine Energiemarktunion. Erneuerbare Energien, das ist unser Ziel. Aber da brauchen wir auch unsere Partner für. Das geht europäisch viel, viel besser als das national geht. Wir brauchen, wir brauchen auch einen gemeinsamen Ausbildungsmarkt. Der gemeinsame Arbeitsmarkt funktioniert gut. Aber es ist doch nicht akzeptabel, dass junge Menschen in Spanien, Griechenland, arbeitslos sind und hier in Deutschland die Lehrstellen nicht besetzt werden können. Meine Damen und Herren, wir brauchen auch gemeinsame harmonisierte Steuersysteme. Und lieber Olaf Scholz, ich würde mir wünschen, dass wir bei unseren Anstrengungen zu einer gemeinsamen Unternehmenssteuerbemessungsgrundlage mit Frankreich etwas schneller vorankommen, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Und es ist auch angesprochen worden, Herr Lindner, Sie haben recht. Ich glaube, Sie haben es gesagt. Freihandel, wo unser Standort von lebt, der läuft nur europäisch. Wir haben ein Freihandelsabkommen abgeschlossen mit Japan, eins mit Singapur. Und hätten wir doch bloß eins auch mit den Vereinigten Staaten, das TTIP-Abkommen abgeschlossen. Aber Europa ist doch nicht nur eine Wirtschaftsplattform. Europa ist auch eine Innovationsplattform. Diese künstliche Intelligenz, die ganze Strategie, die darauf beruht, dass wir sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das werden wir doch nicht alleine schaffen. Das werden wir doch nur im europäischen Kontext schaffen. Wir brauchen gemeinsame europäische Universitäten, damit die Forschung europäisch auch gemeinsam entsprechend organisiert wird, damit die Menschen entsprechend zusammenkommen. Wir brauchen gemeinsame europäische Gesundheitsinitiativen. Der Kampf gegen Krebs, gegen Infektionskreisen, gegen Demenz, der wird doch nur europäisch funktionieren, meine Damen und Herren. Und Europa ist darüber hinaus eine Problemlösungsplattform für Probleme, die wir nicht alleine lösen können. Und sie sind alle angesprochen worden. Es glaubt doch keiner, und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, dass die Kriminalität an der belgischen und niederländischen Grenze Halt macht. Wir brauchen eine wirkliche europäische Polizei. Wir brauchen eine gemeinsame Ausbildung der Polizeikräfte. Wir brauchen gemeinsame Datenverarbeitungssysteme. Da ist doch noch so unendlich viel zu tun, wo wir dieses Europa besser machen können. Wir brauchen gemeinsamen europäischen Zivilschutz. Wir müssen auch im Bereich der äußeren Sicherheit zusammenarbeiten. Das ist doch ganz klar. Wir brauchen meines Erachtens einen gemeinsamen europäischen Sitz im Sicherheitsrat, um gemeinsam mit unseren 450 Millionen Menschen mit einer starken Stimme zu sprechen. Wir brauchen einen europäischen Sicherheitsrat. Und da kann man die Briten auch mit dabei nehmen. Das ist doch eine gute Gelegenheit, um die Bande auch zu Großbritannien weiter zu stärken. Und natürlich müssen wir unsere Armeen auch europäisieren und auch gemeinsame Rüstungsprojekte machen, Frau Bundeskanzlerin. Und wenn wir gemeinsame Rüstungsprojekte machen, was wir alle wollen, nicht nur, weil es billiger ist, sondern weil uns das auch zusammenbindet, brauchen wir auch gemeinsame Rüstungsexportregeln, meine Damen und Herren. Ich will jetzt nicht darüber reden. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass wir auch im Bereich Migration nur zusammenkommen und dass wir das nur zusammen hinkriegen. Und dass wir uns auch als Deutsche nicht vom Acker machen können, wenn es darum geht, Außengrenzen zu schützen und das andere für uns machen zu lassen, dass wir einen gemeinsamen Asylraum brauchen, dass wir gemeinsame Institutionen brauchen, die das Ganze voranbringen. Und wir brauchen noch viele, viele andere Sachen, die wir nur gemeinsam europäisch regeln können. Und dazu gehört natürlich auch der große Bereich des Klimaschutzes. Aber Europa ist nicht nur eine Wirtschaftsplattform. Europa ist nicht nur eine Innovationsplattform. Europa ist nicht nur eine Problemlösungsplattform. Sondern der große Gedanke von Europa ist, dass es Menschen zusammenbringt und Menschen nicht trennt. Dass es Menschen zusammenbringt und nicht trennt. Und hier sitzen viele im Saal, die Erasmus gemacht haben. Wir müssen da noch viel mehr machen. Wir müssen Erasmus auf die Berufsausbildung ausweiten. Wir müssten es vielleicht sogar verpflichtend machen in gewissen Studiengängen. Ich denke mal, das ist großartig. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Sprachen lernen. Einzig sollte es sein, dass jeder europäischer Schüler mindestens ein, am besten auch zwei europäische Fremdsprachen dann auch entsprechend beherrscht. Und wir müssen, meine Damen und Herren, dafür sorgen, dass dieses Europa eine offene Gesellschaft bleibt. Fest in ihren Werten. Aber neugierig und offen auf neue Entwicklungen. Das ist die Kultur von Europa gewesen in den letzten 2000 Jahren. Und da haben wir der Welt auch einiges an Botschaften zu übermitteln. Meine Damen und Herren, wenn ich sage, wir, dann bedeutet das nicht alleine die EVP, unsere europäische Parteienfamilie, dann bedeutet das nicht die CDU, sondern das bedeutet auch unsere Fraktion im Deutschen Bundestag. Weil wir haben eine Rolle in diesem Europa, definiert durch das Grundgesetz und durch die europäischen Verträge. Und diese Rolle bedeutet, dass wir nach Artikel 23 der Bundesregierung Leitplanken für die Verhandlungen mit auf den Weg geben können. Dass wir die Subsidiaritätseinhaltung überprüfen können. Dass wir haushaltsrechtlich überprüfen müssen, was passiert. Dass wir auch Dinge, die europäisch beschlossen werden, in nationalem Recht umsetzen. Und wir wollen diese Rolle auch annehmen als CDU, CSU-Bundestagsfraktion. Und nicht indem wir bremsen, sondern indem wir dieses Europa gestalten. Und wenn Sie sich jetzt alles das mal angehört haben, was ich eben gesagt habe, dann werden Sie die wesentlichen Elemente wiederfinden in der Sorbonne-Rede von Präsident Macron. In vielen Namensartikeln, nicht nur von Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern auch von Kolleginnen aller Parteien hier in der Mitte des Hauses. Weil eins ist auch richtig. Bei all den Unterschieden, über die wir uns streiten, wir haben doch wesentlich mehr gemeinsam. Und das ist doch das Große an Europa. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf die Rede oder auf das Video von Manfred Weber, das Europa der Region, dann ist es natürlich so, dann ist es natürlich so, dass der Ostwestfale anders ist als der Sizilianer. Und das sieht man irgendwie auch. Und das ist auch gut so, dass das so ist, meine Damen und Herren. Aber die Botschaft von Europa ist, das, was wir gemeinsam haben, ist wesentlich mehr als das, was uns unterscheidet. Und damit gehen wir in die nächsten Wochen. Und damit werden wir versuchen, die Menschen von diesem Europa zu begeistern. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Sarah Wagenrecht. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Europa, das waren einmal die großen Ideen der Aufklärung und der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, solidarisches Miteinander. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben vorhin auf das Wohlstandsversprechen verwiesen. Aber was ist davon geblieben? Seit gut 30 Jahren wird die Politik in Europa von einer Agenda bestimmt, die das exakte Gegenprogramm zu den einzigen Werten darstellt. Aus der Freiheit wurde die bloße Freiheit des Marktes und der großen Unternehmen. An die Stelle der Gleichheit trat die Rechtfertigung wachsender Ungleichheit. Und das solidarische Miteinander wurde ersetzt durch die politische Legitimierung von Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Gier. Und da wundern Sie sich, dass sich die EU heute in dem Zustand befindet, in dem sie sich befindet. Dafür sind tatsächlich nicht die Salvinis, Orbans und auch nicht die britischen Brexiters verantwortlich. Die ernten nur, was die Politik der letzten Jahre und was ganz besonders ist, was auch die deutsche Regierung gesät hat. Die EU ist nicht deshalb krank, weil immer mehr Menschen antieuropäische Parteien wählen, sondern die Antieuropäer werden gewählt, weil die EU krank ist, weil sie von Regierungen gestaltet wurde und wird, die sich nicht mehr als Anwalt und Schutzmacht ihrer Wähler verstehen, sondern vor allem als Interessenvertreter großer Wirtschaftsunternehmen und Banken. Und dass die Bundesregierung jetzt daran mitwirkt, aus zwei Zockerbanken, die den Steuerzahler schon in der Vergangenheit kräftig gemolken haben, eine noch größere zu machen, die den Staat in der nächsten Krise noch besser erpressen kann. Das ist doch nur das jüngste Beispiel genau dieser absurden Politik. Woran sind eine echte Finanztransaktionssteuer, die natürlich Derivate einschließen müsste? Woran sind Regeln zur Offenlegung konzerninterner Gewinnverschiebungen oder auch die Digitalsteuer letztlich gescheitert? Es war ja nicht mal der Bodyguard der superreichen Steuerhinterzieher an der Spitze der EU-Kommission. Und es waren auch nicht mal primär Malta und Irland, die das verhindert haben. Nein, es war die traurige Figur des deutschen Finanzministers, der mit voller Rückendeckung der Kanzlerin jeden Schritt hin zu mehr Steuergerechtigkeit in Europa blockiert hat. Und das ist doch ein Armutszeugnis. Und dass Frankreich, dass Frankreich jetzt die Digitalsteuer im Alleingang einführt, das zeigt ja übrigens auch, wie Paul die Ausrede ist, man könne auf nationaler Ebene nichts gegen das Steuerdumping der Konzerne machen. Man kann sehr viel machen, auch ohne den Segen der EU. Man muss nur das Rückgrat haben, solche Schritte gegen einflussreiche Wirtschaftslobbys durchzusetzen. Das ist doch das Kernproblem. Und sehen Sie denn nicht, wie sich das Gesicht Europas in den letzten Jahren verändert hat? Die früher breite Mittelschicht, ohne die es keine stabile Demokratie geben kann, steht in allen EU-Ländern unter Druck. Fast ein Viertel aller EU-Bürger lebt heute in Armut, während die Zahl der Milliardäre sich seit der Finanzkrise mehr als verdoppelt hat. Also, wer das für eine gute Bilanz hält, der hat wirklich die falschen politischen Prioritäten. Ich finde das erschreckend. Und diese soziale Spaltung, diese soziale Spaltung ist ja zunehmend auch eine räumliche. Immer mehr Menschen werden abgehängt, weil sie an Orten leben, für die sich in Brüssel und Berlin schlicht niemand interessiert. An Orten, in denen die öffentliche Infrastruktur verwahrlost ist. Wo kein Zug mehr hält und oft genug noch nicht mal mehr ein Bus. Wo es keine guten Schulen gibt und auch kein Arzt. Und wo junge Menschen, die etwas aus ihrem Leben machen wollen, eigentlich nur noch eine Chance haben, nämlich abzuwandern. Und es waren vor allem solche Orte, an denen viele Menschen in Großbritannien für den Brexit gestimmt haben. Und es waren solche Orte, aus denen in Frankreich die Hunderttausenden kamen, die in Gelben Westen auf die Straße gegangen sind. Und Sie, Frau Merkel und Ihre Koalition, Sie wollen uns weismachen, Sie seien proeuropäisch. Also, ich finde, es gibt kaum ein Feld, in dem Anspruch und Realität weiter auseinanderklaffen. Jeder weiß doch, dass das deutsche Modell, durch einen großen Niedriglohnsektor immer höhere Exportüberschüsse aufzutürmen, Europa spaltet und unsere Nachbarn gegen uns aufbringt. Der deutsche Mindestlohn, der deutsche Mindestlohn von kläglichen 9,19 Euro ist einer der niedrigsten in ganz Westeuropa. Magere Renten und Hartz IV drücken auf den privaten Konsum. Und nicht nur der Staat verweigert die nötigen Investitionen. Auch die deutschen Unternehmen legen doch immer mehr Geld auf die hohe Kante. Ganze vier Euro von 100 Euro Gewinn werden heute noch investiert. Und dass die Union in einer solchen Situation schon wieder Unternehmenssteuersenkungen ins Gespräch bringt, also das zeigt leider nur, dass Sie wirtschaftliche Zusammenhänge nicht verstehen. Es liegt doch nicht am fehlenden Geld in den Unternehmenskassen, das die Konjunktur gerade einbricht. Es liegt an der hoffnungslosen Abhängigkeit vom Export, der in einer Zeit weltwirtschaftlicher Unsicherheit und neuer Handelskriege eben nicht mehr als Wachstumsmotor taugt. Und so erfreulich es ist, dass sich inzwischen bis in die deutsche Regierung herumgesprochen hat, dass der Markt nicht alles richtet. Frau Bundeskanzlerin, ach, sie ist gerade weg. Gut. Industriepolitik heißt doch nicht, das zahnlose europäische Kartellrecht noch weiter auszuhöhlen und die größten Unternehmen noch größer zu machen. Noch mehr Marktmacht bedeutet ganz sicher nicht mehr Innovation. Aber zumindest bei der neuen CDU-Chefin ist es ja ohnehin nicht so sehr die digitale oder auch die solare Zukunft, die sie umtreibt. Frau Kamp-Karrenbauer zieht es eher dahin, wo schon Weiland Kaiser Wilhelm Deutschlands Platz an der Sonne vermutet hat, auf einen Flugzeugträger. Und Herr Lindner hat ja schon etwas dazu gesagt. Also ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass der deutsche Staat heute kaum noch in der Lage ist, zivile Flughäfen zu bauen oder die Flugbereitschaft in Schuss zu halten, also da hat man doch wirklich das Gefühl, Frau Kramp-Karrenbauer hat sich einen ihrer berüchtigten Karnevalsscherze erlaubt. Aber spätestens, spätestens seit die Bundeskanzlerin sich dahinter gestellt hat, war klar, das war wirklich ernst gemeint. Ein deutsch-französischer Flugzeugträger, ein Milliardengrab, das auf den Weltmeeren schippert, um künftige Interventionskriege vorzubereiten. Meint irgendjemand hier in diesem hohen Haus, das ist es, worauf die Europäerinnen und Europäer gewartet haben. Also wir glauben das auf jeden Fall nicht. Und Frau Merkel, Sie haben auch das europäische Sicherheitsversprechen erwähnt. Aber das Leben in Europa wird garantiert nicht dadurch sicherer, dass wir Trumps Wünsche nach neuer Hochrüstung pflichtschuldig erfüllen. Und schon gar nicht wird es dadurch sicherer, dass wir die Rüstungsexportrichtlinien noch weiter aufweichen, wie Sie es gerade empfohlen haben und wie Herr Brinkhaus ja auch nochmal dafür geworben hat. Im Jemen sterben Kinder. Und Sie, Frau Bundeskanzlerin, wollen Sie wirklich den Saudis weiter die Mordwerkzeuge dafür liefern? Und das noch unter dem Vorwand europäischer Kompromissbereitschaft. Ich finde, eine schlimmere Pervertierung des europäischen Gedankens kann man sich kaum vorstellen. Stirbt der Euro, dann stirbt Europa, haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, einmal gesagt. Inzwischen erleben wir, wenn die vielen immer weniger Euros haben und die wenigen immer mehr, wenn die großen Ideen der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, solidarisches Miteinander nicht mehr die Politik bestimmen, dann stirbt Europa. Und wir als Linke, wir wollen nicht, dass Europa stirbt. Und deswegen sind wir überzeugt, wir brauchen eine andere Politik in Europa. Und dafür brauchen wir allerdings wahrscheinlich wirklich eine andere Bundesregierung. Weil der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie werden auf dem jetzt anstehenden Gipfel wieder mit den Folgen des Chaoses in der britischen Politik konfrontiert sein. Und wenn man sich anschaut, wie die Europäische Union bisher mit den Folgen des Brexit-Chaos umgegangen ist, dann war das geprägt von Entschlossenheit und Solidarität. Das ist vielleicht das einzig Positive in dieser Tragödie. Und selbstverständlich bleibt uns Großbritannien weiter und dauerhaft willkommen. Aber was wir nicht zulassen dürfen, was Sie nicht zulassen dürfen, ist, dass das Chaos der britischen Politik übergreift auf die Europäische Union, auf die Europawahlen. Und deshalb muss man ganz klar sagen, eine Fristverlängerung nur dann, wenn es eine Idee dafür gibt, wofür die zusätzliche Zeit genutzt werden soll. Und mit Entschlossenheit und Solidarität geben wir auch am besten die großen Herausforderungen an, vor der Deutschland, vor der die Europäische Union steht. Das ist ein konsequenter Klimaschutz. Das ist beispielsweise der Erhalt unseres Wohlstands bei verstärktem Wettbewerb mit anderen Systemen, wie zum Beispiel dem diktatorischen, aber erfolgreichen China. Das ist die Durchsetzung von sozialer Gerechtigkeit. Und all dies wird kein Nationalstaat für sich alleine schaffen. Eine selbstbewusste und solidarische Europäische Union ist das beste Mittel, um diese politischen Ziele zu erreichen. Das Problematische ist nur, von Entschlossenheit und Solidarität kann leider in Ihrer Europapolitik keine Rede sein. Bei zentralen Projekten stehen Sie auf der Bremse. Nehmen wir die Digitalkonzerne-Steuer. Da spricht Frau Nahles davon, dass Herr Scholz da nicht im Wege stand. Herr Scholz hat mit dazu beigetragen, dass die Digitalsteuer so klein gehäckselt worden ist, dass man sie fast nicht mehr erkennen konnte. Und da frage ich mich ehrlich gesagt schon, warum ein sozialdemokratischer Finanzminister auf der Seite steht von Apple, von Google und von Facebook. Wo sind denn Ihre Wurzeln? Kämpfen Sie doch dafür, dass diese Konzerne auch in Europa endlich Steuern zahlen. Und wenn Herr Brinkhaus von dem Video von Herrn Weber schwärmt, dann kann man nur sagen, die Ablautfilter schaden Urhebern. Und die Ablautfilter, damit verlieren Sie eine ganze junge Generation. Aber vielleicht hätten die Ablautfilter dazu beigetragen, uns vor diesem Video zu verschonen, dann hätten Sie wenigstens einen Zweck erfüllt. Aber wenn wir uns anhören, dass Frau Merkel davon schwärmt, dass es endlich eine Batteriefabrik, endlich eine Batteriefabrik in Deutschland und in Europa geben sollte, damit die Elektromobilität durchgesetzt werden soll, dann hören wir das. Man frägt sich halt bloß, Frau Merkel, wissen Sie, dass Herr Scheuer Ihr Verkehrsminister ist? Und Herr Scheuer ist einfach eins der Haupthindernisse für die Umsetzung der emissionsfreien Mobilität in Deutschland und in Europa. Deshalb müssen Sie da endlich für eine andere Verkehrspolitik sagen, müssen Sie endlich dafür sorgen, dass die Infrastruktur bei uns in Deutschland ausgebaut und benutzbar wird. Dann würden wir in Ihren Worten auch etwas mehr glauben, dass Sie in Taten übergehen. Was allerdings besonders problematisch ist, ist, wie Sie mit unserem wichtigsten Partner Frankreich umgehen. Nämlich von einem einzigen Beispiel abgesehen, nämlich die Rüstungsexporte, hören wir seit vielen Jahren nur dröhnendes Schweigen aus dem Kanzleramt auf all die Appelle, die Macron uns gebracht hat. Und ausgerechnet bei den Rüstungsexporten wollen Sie die europäische Fahne hochhalten und sprechen davon, dass am Ende die Wahrheit konkret ist. Aber die Wahrheit ist konkret. Und wir haben europäische Rüstungsexportrichtlinien. Und zwar seit 2008. Und die sind an klaren menschenrechtlichen Standards ausgerichtet. Deshalb, wenn Sie hier an dem Beispiel wirklich Europa verteidigen wollen würden, dann würden Sie nicht gemeinsam mit Frankreich gegen Europa und gegen europäische Regelungen agieren, sondern würden versuchen, die europäischen Regelungen zur Geltung zu bringen, die seit über zehn Jahren jetzt in Kraft sind. Das Problematische ist allerdings, dass man den Eindruck hat, dass die Zuständigkeit für diesen ganzen Bereich vom Kanzleramt ins Konrad-Hadenauer-Haus gewandert ist. Da kam nach vielen Jahren Schweigen eine Antwort auf die Fragen des französischen Bundespräsidenten. Und dazu kann man nur sagen, wenn die CDU-Vorsitzende geschwiegen hätte, dann wäre sie eine Europäerin geblieben. Nicht die Antwort Ihrer Vorsitzenden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, provoziert mit Absurditäten wie der Straßburg-Debatte, wie dem bereits erwähnten Flugzeugträger, der in keiner einzigen seriösen Verteidigungs- in der EU-Debatte wirklich eine Rolle spielt. Und das könnten wir ja alles noch sagen, ja mein Gott, das ist halt so ein bisschen lächerlich. Aber Frau Kramp-Karrenbauer legt damit die Wurzeln, die Axt an die Wurzeln der Gemeinschaftsmethode, und das ist hochproblematisch. Deshalb. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag noch davon gesprochen, dass Sie einen Rahmen für Mindestlohnregelungen sowie für nationale Grundsicherungssysteme in den EU-Staaten entwickeln wollen. Sie hatten davon gesprochen, dass Sie einen Aufbruch für Europa organisieren wollen. Nach dieser Antwort der CDU-Vorsitzenden und dem lauten Schweigen der SPD bei den entscheidenden Punkten kann man leider nur noch sagen, nach einem Jahr nichts tun, ist von dieser Koalition auch nichts mehr zu erwarten. Wir haben die große Sorge, dass diese Koalition europapolitisch fertig hat, und das wäre mehr als bitter für die Europäische Union. Vielen Dank. Martin Schulz, SPD, ist der nächste Redner. Verehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wer sich die Tagesordnung dieses Rates genau betrachtet, wird feststellen, dass die Themen dieses Rates zeigen, dass das 21. Jahrhundert nicht mehr vergleichbar sein wird mit dem vergangenen Jahrhundert. Wir gehen in eine neue Ordnung der Welt. Und das ist kein G-7-Prozess mehr, kein G-20-Prozess mehr. Es droht ein G-2-Prozess. Die Entscheidungen im 21. Jahrhundert werden in Peking und in Washington Jahren getroffen werden und nicht mehr in Budapest oder in Warschau, in Berlin oder in Paris, wenn es uns nicht gelingt, die Europäische Union so zusammenzuschließen, dass ihre wertebasierte Wirtschaft und die damit verbundene Wirtschaftskraft gegenüber einem expansiven Staatskapitalismus Chinas einerseits und einem brutalen egozentrischen Kurs der USA andererseits als Machtmittel eingesetzt wird nach dem Motto, wir werden auf gleiche Auge Höhe, aber als Wertegemeinschaft mit denen konkurrieren, weil wir uns zusammenschließen gegen die, die mit der Ignorierung des Klimawandels, die mit der Negierung von Menschenrechten, die mit der Negierung von ökologischen, ökonomischen und individuellen Grundrechten glauben, Europa aushebeln zu können. Deshalb müssen wir uns in der Europäischen Union zusammenschließen. In einer Zeit, in der Weltregionen miteinander konkurrieren, darum geht es nämlich, wo der ökonomische Wettbewerb auch ein Konkurrenzkampf von politischen Systemen ist, gibt es natürlich Leute, die die Renationalisierung propagieren, was also bedeuten würde, dass ein Land wie, sagen wir mal, Belgien oder Luxemburg oder Österreich oder die Tschechische Republik ohne den Schutz der europäischen Stärke ausgeliefert wäre, den Dispositionen, die in Washington oder Peking getroffen werden. Das ist die Renationalisierung. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die mehrheitlich aus kleinen Staaten besteht. Ich habe den Eindruck, aus einigen Staaten, die noch nicht begriffen haben, dass sie kleine Staaten sein werden, wenn es keine europäische gemeinschaftliche Stärke gibt. Die Renationalisierer verspielen die Chancen der nächsten Generation, auf gleicher Augenhöhe mit anderen Regionen dieser Welt unter Wahrung unseres Demokratie- und Gesellschaftsmodells reden zu können. Deshalb ist dieser Renationalisierungskurs gefährlich. Und zwar nicht gefährlich für die, die ihn propagieren, sondern gefährlich für die nächste Generation. Macron hat Vorschläge unterbreitet, meine Damen und Herren. Macron hat Vorschläge unterbreitet und hat in 28 Zeitungen in einem gemeinsamen Artikel in allen Ländern der Europäischen Union eine Debatte vorgeschlagen. Das finde ich toll. Lassen Sie uns diese Debatte doch führen. Aber nicht mit einem Namensartikel als Antwort in einem deutschen Sonntagsblatt, bei dem man den Eindruck hat, dass die wesentlichen Botschaften dieses Artikels das Gegenteil sind von dem, was große Christdemokraten bisher im Rahmen dieser multilateralen Denke, die die CDU immer ausgezeichnet hat, dass das Gegenteil von dem ist, was große Europäer wie zum Beispiel Helmut Kohl vorgeschlagen und vorgetragen haben. Ich fand, dass dieser Artikel auf keinen Fall eine Antwort sein kann. Es bedarf einer Antwort der Bundesregierung. Und wir haben einen Koalitionsvertrag, ja, und der hat die Überschrift ein neuer Aufbruch für Europa. Und das Kapitel, das wir in diesen Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, könnte die deutsche Gegenposition oder die deutsche komplementäre Position zu Macron sein. Worum es doch geht, ist, Macron hat etwas erkannt, was wir auch erkennen müssen. Frankreich ist eine Atommacht. Frankreich ist ein veto-berechtigtes Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Frankreich ist ein G-7-Staat. Und Frankreich hat einen Präsidenten, der angesichts dieser Ausgangslage, G-7-Staat, atomar gerüstete, Veto-Macht des Sicherheitsrates, sagt, das reicht für unsere nationale Souveränität nicht mehr. Es muss ergänzt werden durch eine europäische Souveränität. Macrons Botschaft an uns lautet im Wesentlichen, wenn wir uns nicht zusammenschließen, wenn wir nicht als deutsch-französisches Duo die Europäische Union so anführen, dass sie im Wettbewerb der Weltregionen auf gleicher Augenhöhe mitspielen kann, werden wir zu Spielbällen der Machtinteressen anderer werden. Deshalb finde ich, machen wir doch einen Anfang. Diskutieren wir doch mit Macron. Man kann im Detail ja anderer Meinung sein als er, aber nichts zu sagen oder a priori unpauschal seine Vorschläge abzulehnen, das ist der völlig falsche Weg. Die Europäische Union, das ist völlig klar, wird sich konzentrieren müssen auf die großen Fragen dieses 21. Jahrhunderts. Eine davon ist der Klimawandel. Und die dramatischen Folgen des Klimawandels, die übrigens für uns Europäer oder Europäerinnen, übrigens auch für die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, weniger dramatisch sind als zum Beispiel für die Menschen in Afrika oder in Lateinamerika. Und wenn wir diesen Klimawandel nicht endlich stoppen, wenn wir nicht umdrehen, dann werden Sie erleben, dass es in Regionen dieser Erde, in denen zum Beispiel der Zugang zu Wasser immer mehr zum Überlebensproblem wird und immer mehr zum Gegenstand von Konflikten wird. Und irgendwann auch zum Ausgangspunkt für kriegerische Auseinandersetzungen. Bei dem dann an uns Europäerinnen und Europäer wieder die Frage gerichtet werden, welche Position habt ihr dazu? Schickt ihr da Soldaten hin? Schickt ihr da Waffen hin? Das zeigt, die Tagesordnung dieses Rates ist eine Tagesordnung, die davon ist, dass in dieser Welt alles mit allem zusammenhängt. Und das kapieren natürlich viele Leute im Detail nicht, wie die Dinge zusammenhängen. Aber sie spüren es im Bauch. Und die jungen Menschen, die nicht zur Schule gehen, weil sie demonstrieren, die spüren in ihrem Bauch, dass diese Fragen über das Schicksal von ihnen selbst und ihrer Kinder entscheiden, ob die noch eine lebenswerte Welt haben. Und deshalb finde ich, sollte man nicht darüber diskutieren, ob die die Schule schwänzen, sondern eigentlich müssten wir mit ihnen auf die Straße gemeinsam gehen und sagen, wir werden alles tun, damit über die Europäische Union und ihre Kraft, das Pariser Klimaabkommen endlich durch und umgesetzt wird. Frau Merkel, ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf diesem Rat, weil ich glaube, dass dieser Rat eine Weichenstellung wird vornehmen müssen, die von epochaler Bedeutung ist. Vielleicht auch der Sonderrat, der noch kommen wird. Kann sein. Sie haben eben angedeutet, dass das möglich ist. Aber eine Sache ist völlig klar. Wenn wir nicht die Veränderungen innerhalb der Europäischen Union hinbekommen, dass nach dem Brexit die 27 verbleibenden Staaten den Mut aufbringen zu sagen, es geht nicht, dass wir den Renationalisierern die Kraft und die Straße und die Luftrohheit an den Stammtischen überlassen, sondern wir müssen die Kraft aufbringen, zu begreifen, dass im 21. Jahrhundert der Verzicht auf nationale Souveränität in Teilbereichen und ihre Übertragung auf Europa der Rückgewinn genau dieser Souveränität sein wird. Wenn wir diese Kraft nicht aufbringen, dann gehen wir in Europa schweren Zeiten entgegen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ich wünsche Ihnen viel Mut und ich wünsche Ihnen, ehrlich gesagt, auch massive Energie, damit wir endlich mal sagen können, die deutsche Bundeskanzlerin ist an der Spitze dieser Bewegung. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Alice Weidel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben über die Unsicherheit gesprochen, die der Brexit bringen wird. Nicht, dass wir dabei viel Neues erfahren hätten. Es war nämlich Ihre erprobte Mischung aus Phrasen und Baldrian. Und eines ist klar, dieser Brexit wird teuer, teuer für die EU und deshalb per Definition teuer für die deutschen Steuerzahler. Teuer wie die Bankenrettung, die Griechenlandrettung, die Energiewende, die Grenzöffnung, die Zerstörung der deutschen Automobilindustrie, der Schlüsselindustrien und die gigantische Inflationierung unserer Gemeinschaftswährung. Zukunftsweisende Politik sieht anders aus, sehr geehrte Damen und Herren. Nun also der Brexit und Ihr Anteil daran, denn den hatten Sie. Im besten Fall aus Fahrlässigkeit, aber eher war es unterlassene Hilfeleistung. Die historisch guten Beziehungen zum Vereinigten Königreich werden auf diese Weise gefährdet. Was hatte David Cameron denn so Fürchterliches verlangt? Keine Sozialhilfe sofort und für alle, stärkere nationale Parlamente, weniger EU-Bürokratie. Doch in Brüssel hat er damit auf Granit gebissen. Dabei wäre eine schlankere Gemeinschaft, die sich auf ihre Kernaufgabe besinnt, einen gemeinsamen Markt zu schaffen und zu erhalten, eine große Chance gewesen. Aber nein, das ging auf keinen Fall. Da setzten Sie lieber den Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten aufs Spiel. Und jetzt kriegen wir die Rechnung. 15 Milliarden Euro an britischen Beiträgen werden künftig im Budget fehlen. Zwar weiß jede Familie, dass man den Gürtel enger schnallt, wenn die Einnahmen schrumpfen, aber nicht die EU muss sie auch nicht, solange der deutsche Steuerzahler der Zahlmeister ist. Und höher als das Loch im EU-Etat sind die Kosten für die deutsche Wirtschaft. Das Vereinigte Königreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU, so groß wie die 19 kleinsten zusammen. Ökonomisch gesehen schrumpft die EU also nicht auf 27, sondern auf neun Staaten zusammen. Die Sorglosigkeit, ja Gleichgültigkeit, die Brüssel und Berlin angesichts solcher Größenordnung an den Tag legen, grenzt an pathologische Realitätsverweigerungen, sehr geehrte Damen und Herren. Und für Deutschland ist das Vereinigte Königreich der größte Handelspartner in der EU. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind so eng wie mit keinem zweiten Land. Es liegt eindeutig im deutschen Interesse, Handel und Investitionen weiter ungehindert zu tätigen. Hier stehen deutscher Wohlstand, deutsche Arbeitsplätze auf dem Spiel. Sie aber stellen sich in Nibelungentreue hinter Frankreich, das den Briten sogar den Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt verweigern will. Ja, sie erwägen ja sogar noch mal die Möglichkeit, den Briten nicht den Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum zu verschaffen, weil Paris das ablehnt. Das wäre ja auch alles viel zu viel, viel zu viel Freihandel, zu viel frische Luft auf den Märkten, zu viel Wettbewerb und zu viel Konkurrenz um die besten Wirtschaftsstandorte. Von Eigenständigkeit ist nicht zu sehen in dem von Ihnen unterzeichneten Aachener Vertrag, der welch ein Dünkel als Krönung des Élysée-Vertrages gepriesen wird. Aachen trägt eine französische Handschrift von vorn bis hinten. Dieses Europa, für das das zentralistisch organisierte Frankreich mit einer gescheiterten Industrie und Wirtschaftspolitik als Blaupause dient, kommt schneller als man denkt. Und spätestens, wenn im Europäischen Rat das nächste Mal abgestimmt wird, da sehen wir es nämlich ganz genau. Denn die teuerste Konsequenz des Brexit ist, dass Deutschland keine Sperrminorität mehr in dem Rat zustande bringt. In der aktuellen EU, der 28, vertritt Deutschland 16 Prozent der Bevölkerung, Großbritannien 13, macht zusammen fast 30. Mit einigen kleineren Ländern, Dänemark, Niederlande, Österreich, war die Sperrminorität von 35 Prozent immer gesichert. Damit konnte man sich gegen den Griff in die Gemeinschaftskasse, krisengeschüttelter Club Med starten, sowie Frankreichs wehren. Und das ist nun bald durch den Austritt Großbritanniens Geschichte. Und es wird deutlich, ohne Reformen kann es in der Europäischen Union doch gar nicht weitergehen. Wo ist Ihre Strategie? Sie haben überhaupt gar keine. Fangen wir beim Austrittsartikel 50 an. Heute vollkommen schwammig. Konkret wird er nur beim Hinweis darauf, wie mit Abtrünnigen, mit Verrätern umzugehen sei. Nach Artikel 218, also wie bei jedem x-beliebigen Drittstaat, kann man eigentlich für einen Partner, mit dem man 40 Jahre im Guten wie in schlechten Zeiten zusammengelebt hat, nicht einen anderen Modus finden, als für Paraguay oder Papua-Neuguinea, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist ja wohl der blanke Hohn. Und verwundert es dann noch, wenn die Briten hinter jedem Manöver aus Brüssel bösen Willen vermuten. Was soll Brexit-Unterhändler Barnier seinerzeit Freunden anvertraut haben? Ich zitiere, meine Mission wird ein Erfolg sein, wenn die Bedingungen für die Briten so brutal sind, dass sie es vorziehen, in der Union zu bleiben. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, sehr geehrte Damen und Herren. Von Selbstkritik auf dem Kontinent ist nicht zu hören, nicht in brüsselischen Berlin, schon gar nicht in Paris. Der Brexit hat die Brüsseler Abgehobenheit deutlich gemacht. Er zeigt auch, wo Europas wahren Gegner sitzen, unter anderem hier auf der Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren. Europa ist zu wichtig, um es ihnen zu überlassen. Wegsehen gilt nicht, weglaufen auch nicht. Die EU muss von innen reformiert werden. Dazu gehört ein Vetorecht der Nationalstaaten gegen Brüsseler Vorgaben, genauso wie eine Reform des Austrittsartikel 50 zur Erhaltung des Binnenmarktes auch für austretende Länder und die Sicherung der EU-Außengrenzen, die wir seit Jahren fordern. Und zu Europa gehören unsere britischen Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner ist Alexander Dobrindt, CDU CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, der Brexit ist in der Tat ein Warnschuss. Ein Warnschuss aber nicht nur für die nationalen Staaten, sondern auch für die Europäische Union selbst. Ja, die Briten verlassen doch nicht die EU wegen zu wenig Institutionen, zu wenig Umverteilung, zu wenig Regulierung oder zu wenig Kompetenzen. Nein, sie verlassen die EU, weil sie das Gefühl haben, dass Brüssel ihnen mehr nimmt, als es ihnen gibt. Dieses Gefühl ist aber falsch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ich stehe dabei auf der Seite der jungen Generation in England, die bei den Wahlen, ja demokratischen Wahlen, aber anders entschieden hat als die Mehrheit. Es war gerade die junge Generation, die für einen Verbleib und eine Zukunft in der Europäischen Union gestimmt hat. Und unsere Aufgabe ist es auch genau an diese junge Generation, die Botschaft zu schicken, wir wollen euch weiter haben, wir wollen Ängste zusammenarbeiten, wir wollen Zukunft mit euch gemeinsam gestalten. So, und ja, und da macht es einen auch etwas betrübt, wenn man alles Mögliche an Stellungnahmen in den letzten Tagen und Wochen auch gerade wieder hört, teilweise Freude am Chaos in England. Wenn ich den Fraktionsvorsitzenden der Liberalen im Europaparlament betrachte, der den Brexit und seine Folgen für Großbritannien sogar als Glück bezeichnet hat, für die EU als Glück bezeichnet hat, weil er andere Länder vom Austritt abhalte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Art der Häme ist kein europäischer Gedanke. Das ist kein europäischer Gedanke, weil er nicht den Zusammenhalt fördert. Und wir müssen den Zusammenhalt und seine Vorteile in den Vordergrund stellen und nicht die Nachteile des Austritts aus der Europäischen Union. Die Lust an Europa muss doch größer sein als die Angst vor einem Austritt aus der EU, meine Damen und Herren. Und deswegen ist auch klar, wenn wir ein Austrittsabkommen bekommen sollten mit den Engländern, dann endet nicht unsere Arbeit, sondern dann beginnt erst unsere Arbeit. Und diese Arbeit hängt maßgeblich damit zusammen, dass wir für die Zukunft ein Modell finden, das England möglichst nah an die Europäische Union bindet. Eine Partnerschaft Doppelplus haben wir das genannt. Und wir wollen diese engste Partnerschaft deswegen, weil natürlich der Umgang mit dem Brexit über das Schicksal Europas entscheidet. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei muss man aufpassen, dass man nicht denen auf den Leim geht, die sich vermeintlich als die guten Europäer bezeichnen, aber ganz offensichtlich nur ein Interesse daran haben, dieses Europa zu spalten. Herr Gauland, wenn Sie sich als guter Europäer bezeichnen, dann erinnere ich an die Entscheidungen auf Ihrem Parteitag. Sie wollen das Europäische Parlament auflösen. Sie fordern den deutschen Brexit. Sie wollen den Euro abschaffen. Meine Damen und Herren, wer den Brexit in Deutschland will, wer das Europaparlament abschaffen will, wer den Euro abschaffen will, der ist kein guter Europäer, der ist nicht mal ein guter Patriot, meine Damen und Herren. Wenn wir über nationale Souveränität reden, und selbstverständlich muss man in einem gemeinsamen Europa auch weiterhin über seine nationale Souveränität reden, dann muss man aber auch akzeptieren, dass in Auseinandersetzungen der Welt, die an Schärfe ständig weiter zunehmen, wirtschaftlicher Art, militärischer Art, kultureller Art, man eine nationale Souveränität Deutschlands auch nur dann und gerade dann erhalten kann, wenn wir in einem gemeinsamen Interesse eng in Europa zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten, meine Damen und Herren. Es geht jetzt auch gar nicht so sehr um die Frage, die der eine oder andere aufmacht, wollen wir ein Europa, ja oder nein? Diese Frage haben wir lange für uns entschieden. Wir wollen natürlich eine Europäische Union haben, ja. Die Frage ist, wie wir diese Europäische Union gestalten, wie wir sie fit machen für die aktuellen Herausforderungen, die anders als in der Vergangenheit gar nicht so sehr von innen heraus als Auftrag gestellt werden, sondern die heute wesentlich mehr von außen kommen, durch die Handelskonflikte, durch den verschärften Wettbewerb, durch den Migrationsdruck, ja, weniger von der Frage, wie können wir jetzt innerhalb der EU Frieden und Wohlstand schaffen, sondern wesentlich mehr von der Frage, wie können wir Frieden und Wohlstand für die Zukunft verteidigen. Das heißt, wir stehen international vor einem Druck wie niemals zuvor, ökonomisch, geopolitisch und auch kulturell. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit Reformvorschlägen auseinandersetzen, auch gerade mit den Reformvorschlägen von unserem engsten Verbündeten Frankreich auseinandersetzen. Frankreich ist unser natürlicher Verbündeter innerhalb der Europäischen Union. Aber nicht automatisch jeder Vorschlag des französischen Präsidenten ist im Sinne dieses gemeinsamen Bündnisses, sondern wir müssen schon auch noch selber in der Lage sein zu unterscheiden, was ist für die Zukunft in Europa an Vorschlägen auch aus Frankreich zielführend und was könnte vielleicht anderen Zielen dienen. Und deswegen ein gemeinsames Budget, wie es vorgeschlagen ist, innerhalb einer Eurozone von Seiten der Franzosen, ja, das wollen wir, das vereinbaren wir gemeinsam. Das liegt in unserem strategischen Interesse, gerade Investitionen für Zukunftstechnologien auch gemeinsam zu organisieren. Wenn es aber darum geht, dass wir gerade im Bereich der Sozialversicherungen, gerade im Bereich der Arbeitslosenversicherungen zu einer Vergemeinschaftung kommen sollen und zukünftig Beiträge der deutschen Arbeitnehmer in die Arbeitslosenversicherung zur Finanzierung der Arbeitslosigkeit in anderen europäischen Staaten beitragen sollen, dann ist es ein falscher Weg. Der ist nicht europäisch. Und wir unterstützen ihn deswegen auch in dieser Frage nicht. Also diese enge Partnerschaft, die kann dazu dienen, dass wir den wirtschaftspolitischen Reformbedarf Europas gemeinsam vorantreiben. Da gehört zur Analyse auch dazu, dass wir gerade bei den uns alle sehr stark elektrisierenden Technologien der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz in der Vergangenheit offensichtlich in Europa nicht so erfolgreich waren, vieles vielleicht auch versäumt haben und die größten Unternehmen in dem Bereich nicht in Europa angesiedelt sind. Wenn man das ändern will, dann muss man auch über die Fragen des Wettbewerbsrechts in Europa bereit sein zu reden, weil die Konkurrenz der Unternehmen heute weniger innerhalb Europas besteht, sondern eher mit den Regionen außerhalb Europas, den amerikanischen Märkten, den chinesischen Märkten. Und deswegen ist es geradezu ein falsches Signal, wenn wir aus Europa immer wieder hören, dass die wettbewerbsfähige Machung von Unternehmen in Europa, der Zusammenschluss von Unternehmen in Europa, der Versuch, die Augenhöhe mit internationalen Konzernen aus Amerika und den asiatischen Märkten zu erreichen, wenn der immer wieder verhindert wird mit Blick auf ein altes Wettbewerbsrecht. Meine Damen und Herren, wer heute nicht erkennt, dass einzelne Unternehmen, ob das Siemens ist, ob das Allsturm ist im Bereich der Zugverkehre, dass die alleine nicht mehr wettbewerbsfähig auf der Welt sind, sondern zusammenarbeiten müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen und Arbeitsplätze in Europa sichern wollen, wer das verbietet, meine Damen und Herren, der hat noch nicht erkannt, wie die neue Aufstellung in der Welt und die Wettbewerbssituation ist. Und ein Hinweis, ja, Europa ist eine Wertegemeinschaft, ganz sicher. Und dennoch argumentieren immer sehr viele der Befürworter der EU mit rationalen Argumenten, dem freien Warenverkehr, dem gemeinsamen Wirtschaftsraum, vielen anderen Dingen mehr. Und komischerweise die Gegner, auch die Brexiteers übrigens in England argumentieren, emotional mit falsch verstandenem Patriotismus, mit Erzählungen von Ängsten und viel mehr. Ich glaube, wir dürfen die emotionale Seite Europas schlichtweg nicht den Radikalen überlassen. Wir haben allen Grund, stolz auf dieses Europa zu sein. Wir haben einen Kontinent des Krieges zu einem Kontinent des Friedens und der Freiheit entwickelt auf Basis gemeinsam christlich abendländischer Werte. Und das ist auch der Auftrag für die Zukunft, diese Wertegemeinschaft nicht als Zweckbündnis zu verstehen, sondern als gemeinsamen Kulturraum, der sich weiterentwickeln will. Das und der, der das so versteht, das sind überzeugte Europäer, meine Damen und Herren. Alexander Graf Lambsdorff, FDP, ist der nächste Redner. Vielen Dank, Herr Präsident. Was für schwere Zeiten für Europa, was für schwere Zeiten für die Europapolitik. Es ist wirklich bedauerlich, dass in dieser Zeit die Bundesregierung ausfällt als Motor Europas. Sie ist still bei Macron. Sie ist zu spät bei der Migration und sie stört den Multilateralismus. Bei Macron antwortet nicht etwa, wie sich das gehören würde, die Frau Bundeskanzlerin, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, aber mit einem Text, meine Damen und Herren, der nicht in der Tradition der CDU steht. Da wird Abwegiges präsentiert wie ein Flugzeugträger, altbackene Aufgüsse der Brügge-Rede der Bundeskanzlerin von 2010. Es wird provoziert gegenüber Paris mit der Frage des Sicherheitsratssitzes in den Vereinten Nationen. Und das Erste, was man sich einfängt in diesen Dialog, den Macron anbietet, ist eine klare Absage von Nathalie Loiseau zu entscheidenden Punkten dessen, was Frau Kramp-Karrenbauer da aufgeschrieben hat. Meine Damen und Herren, Sie sind zu still und Sie lassen die falschen Leute reden. Das ist nicht gut. Sie sind zu spät bei der Migration. Wir haben es hier von der Bundeskanzlerin gerade gehört. Wir brauchen einen Verteilungsschlüssel in Europa, hat sie gesagt. Meine Damen und Herren, wer war es denn, der über Jahre eine Reform des Dublin-Systems angemahnt hat? Wer war es denn? Es waren die Italiener, es waren die Griechen, es waren fairerweise die Grünen und es waren wir Liberalen. Wir wussten, wenn es mal zu einer großen Krise kommt, dann wird Dublin nicht halten. Wer hat es verhindert? Wer hat 2013 bei Lampedusa gesagt, das ist ein italienisches Problem, als da Hunderte von Menschen ertrunken sind? Es war der Innenminister der Union, Hans-Peter Friedrich. CDU, CSU, aber auch Otto Schilly haben es immer verhindert, dass wir bei Dublin die Reformschritte gehen konnten, die zwingend notwendig gewesen wären in der Vergangenheit. Und dann im Frühjahr 2015 Thomas de Maizière immer noch gegen einen Verteilungsschlüssel. Und, oh Wunder, oh Wunder, im Herbst 2015 hat derselbe Thomas de Maizière alle zu schlechten Europäern erklärt, die im Rat in Luxemburg dem Verteilungsschlüssel nicht zugestimmt haben. Das ist keine vorausschauende Europapolitik, das ist schlechte Europapolitik, mit der wir unseren Kontinent spalten, meine Damen und Herren. Und dann stören Sie den Multilateralismus, den Sie zu Recht ja im Munde führen. Die Begeisterung in München kannte keine Grenzen, Frau Merkel. In der Flüchtlingspolitik habe ich es gerade dargelegt, aber in der Sicherheitspolitik ist es auch so. Es gibt einen Streit, ja. Die SPD bestreitet, dass das 2-Prozent-Ziel für die NATO verbindlich sei. Aber was Sie bisher nicht bestritten haben, was Sie bisher nicht bestritten haben, ist, dass Wales ganz klar eine Verpflichtung beinhaltet, sich Richtung 2 Prozent zu bewegen. Was aber der aktuelle Bundeshaushalt tut, ist, er bewegt sich weg von den 2 Prozent. Ich zitiere hier mal eine amerikanische Stimme. Deutschlands Weigerung, seinen Verpflichtungen nachzukommen, gefährdet nicht nur die eigene, also die deutsche Beziehung zu den USA, sondern die Europas insgesamt. Und das, meine Damen und Herren, das war nicht Donald Trump. Das war auch nicht sein Botschafter. Das war die New York Times. Das sind die Demokraten in den USA, die wir als Freunde betrachten. Die sehen das genauso. Unsere Politik, des Austrocknens der NATO, des Nichtnachkommens, was unsere Verpflichtungen angeht, gefährdet den Multilateralismus. Meine Damen und Herren, die Regierung ist zu still. Sie kommt zu spät. Sie stört den Multilateralismus. Ich habe nur eine Hoffnung jetzt im Blick auf diesen Rat. Wenn Theresa May hier um eine Verlängerung bittet, in diesen schweren Zeiten für Europa, dann geben Sie ihr die Verlängerung nur dann, wenn sie klar sagt, wo das Vereinigte Königreich hin will. Einen Blankoscheck auszustellen, die Europäische Union noch über Jahre zu belasten, mit einer offenen, ungelösten Frage, die im House of Commons nicht gelöst werden kann, das wäre der falsche Weg für unseren Kontinent. Seien Sie an der Stelle bitte konsequent. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist Doktor Franziska Branden. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch nach dieser Debatte und auch nach dieser Regierungserklärung ist mal wieder klar, Aufbruch für Europa ist und bleibt die Fata Morgana dieser Bundesregierung. Frau Merkel, Herr Scholz, man kann Europa auch durch Nichtstun kaputt machen. Und ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Sie werden auf dem Gipfel auch über den nächsten EU-Haushalt reden. Da gibt es eine Frage, wie viel von diesem Haushalt, von dem Geld, soll auch dem Klimaschutz dienen. Frankreich fordert 40 Prozent, die Bundesregierung sagt 25 Prozent. Das ist das Ausbremsen von Klimaschutz dieser Bundesregierung, das eben nicht Europa voranbringt, sondern die nächsten Generationen gefährdet. Und bei dieser Verweigerung, da wundere ich mich ja eher, dass die Schülerinnen und Schüler nur an einem Tag streiken und nicht die ganze Woche. Und wenn es um Orban geht und Europa und Demokratie, da hat jetzt die EVP die Suspendierung von Fidesz beschlossen. Das ist ein politischer Trick. Aber eigentlich ist ja das Krasse daran, was die drei Kriterien sind. Du sollst dich bei deinen Parteifreunden entschuldigen. Du sollst aufhören, Herr Juncker auf Plakaten böse zu machen. Und du sollst eine bayerische Rettung in deiner Uni zulassen. Ja, wenn Sie mal nach Ungarn hören, was wollen denn dort die Menschenrechtsaktivisten? Die wollen Pressefreiheit, Pressefreiheit, Pressefreiheit. Die wollen Wissenschaftsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Die wollen eine freie Zivilgesellschaft. Das müssten die Kriterien Ihrer Partei sein, wenn Sie es ernst meinen mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und es Ihnen nicht nur um die Macht geht und um Herrn Weber mit seinen schönen Filmchen, von denen wir heute schon gehört haben, als nächsten Kommissionspräsidenten. Und auf die Konservativen ist für Europa auch in Großbritannien kein Verlass. Regierungschefin May, ich finde es mittlerweile einfach tragisch, dass sie immer noch nicht bereit ist, ihr Land über ihre Partei zu stellen. Das ist, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie eine konservative Regierungschefin. Bis zur letzten Sekunde sagt, meine Partei ist aber wichtiger als dieses Land, als Europa, als alles, was wir zusammen aufgebaut haben. So unverantwortungslos. Und das dürfen Sie ihr auch nicht durchgehen lassen. Und wenn der Brexit zu einem auch nicht führen darf, dann ist es, dass wir selber keine Zukunftsdebatten führen. Wir müssen in Europa handlungsfähiger werden. Und wir wissen alle, ein Weg dahin ist die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip. Bei der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch bei Steuerfragen. Herr Scholz könnte dann vielleicht auch noch mal schneller vorankommen. Deswegen beantragen wir das heute. Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip hin zu qualifizierter Mehrheit. Außen- und Sicherheitspolitik und Steuerfragen. Alle haben sich dazu bis jetzt positiv geäußert. Deswegen sind wir sicher, dass wir gleich eine große Mehrheit in diesem Haus erfahren werden. Nämlich, wir wollen Europa handlungsfähig machen. Das haben Sie immer gesagt. Jetzt können Sie ja mal beweisen, dass Sie auch dafür sind. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Paul Cimiak für die Fraktion der CDU und CSU. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Alex Dobrindt hat gerade genau richtig gesagt, es geht jetzt in Zukunft nicht nur um die Frage um das Ob in Europa, sondern um das Wie. Denn die übergroße Mehrheit in diesem Haus sagt Ja zu Europa. Wir sollten aber diskutieren, wie wir dieses Europa in Zukunft gestalten. Wie wir es nicht gestalten wollen, sehen wir jetzt am Beispiel Großbritanniens und am Chaos, das dort hinterlassen wurde, die die Menschen vor diesem letzten Referendum ins Chaos gebracht haben mit falschen Versprechungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann bei allen Fraktionen die Aufregung hier verstehen über die Vorschläge von Annegret Kramp-Karrenbauer, die sie gemacht hat, weil es natürlich für jeden Generalsekretär einer anderen Partei ärgerlich ist, dass schon wieder die Union die erste Partei ist, die mit inhaltlichen Vorschlägen für die Zukunft der Europäischen Union kommt. Es ist doch ganz selbstverständlich. Was haben Sie denn gemacht? Was ist denn die Debatte der letzten Tage nach diesen Vorschlägen? Was ist denn das? Das geht nicht. Das passt uns nicht. Das könnte noch besser sein. Aber von Ihnen, habe ich von Ihnen mal von der SPD, von den Linken, von den Grünen, auch nicht von der FDP, von der AfD brauche ich gar nicht zu sprechen, habe ich keinen einzigen Vorschlag gehört. Und meine Damen und Herren, wir erleben jetzt hier die ganze Zeit eine Debatte darüber, in der gesagt wird, Frau Bundeskanzlerin, machen Sie dies oder jenes. Und ich gebe Ihnen recht, dass Europa auch nach Berlin, nach Deutschland schaut, weil wir auch ein Hort von Stabilität sind in der Europäischen Union. Das hat mit der Arbeit dieser und auch der letzten Bundesregierung zu tun. Und vor allem ist das Verdienst, ich will das ganz deutlich sagen, von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in manchen Stunden diese Europäische Union mit kluger und weiser und weitsichtiger Politik zusammengehalten hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Vorschlägen von Annegret Kramp-Karrenbauer, lassen Sie uns darüber sprechen, wenn wir über Klimaschutz sprechen, einen europäischen Klimapakt zu machen und nicht ideologische Politik, übrigens bei der AfD, das finde ich ja ganz erstaunlich, ich habe es jetzt nochmal geguckt, was Sie für Vorschläge haben. Im Grundsatzprogramm der AfD auf Seite 79 steht, CO2 ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Je mehr wir davon haben, desto besser, es erhöht das Pflanzenwachstum in unserer Welt. So viel Ihre Einstellung zum Thema Klimaschutz und CO2. Ich bin kein Freund von Schulschwänzen und Demonstrationen. Trotzdem hätte es vom Streiben eines Grundsatzprogramms Ihnen nicht geschadet, dort mitzugehen und ein bisschen frische Luft zu stoppen, bevor Sie so einen Quatsch in Ihr Grundsatzprogramm streiten. Man muss die Dinge auch mal im größeren Zusammenhang sehen. Herr Cimbiak, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig? Herr Präsident, ich muss fortfahren, damit die Abgeordneten auch der Linkspartei die Möglichkeit haben, das alles in einen geordneten Zusammenhang zu bringen. Sonst werden Sie abgelehnt von den einzelnen Zwischenfragen, die uns bei der Europapolitik aus dem Konzept bringen. Ja, es ist so. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt beim Freihandel. Wir haben eine klare Position zum Thema Freihandel. Sie bedauern jetzt, Herr Hofreiter, Sie bedauern jetzt die Politik von Donald Trump. Sie sind mitgelaufen bei den Demonstrationen gegen TTIP, als wir mit Barack Obama ein Freihandelsabkommen machen wollten. Und jetzt bedauern Sie das, was Sie selbst mit Ihrer Politik, mit dem Schüren von Vorurteilen und der Drohung, dass Klorhütchen in Deutschland einwandern und alle bevölkern, haben Sie es verhindert. Meine Damen und Herren, und lassen Sie uns auch über Sicherheitspolitik sprechen. Wir sagen ja, wir brauchen einen europäischen Sicherheitsrat, mehr gemeinsame Sicherheitspolitik, Schutz der EU-Außengrenzen und gemeinsame auch Rüstungsexporte, natürlich. Und die SPD begeht einen schweren Fehler, indem sie sich das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in Europa ausspielt gegen die Frage der sozialen Sicherheit. Das ist nicht redlich, das wird nicht helfen, sondern die Menschen wollen beides, Sicherheit im Sozialen, aber auch Sicherheit in der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden vor Terror und organisierter Kriminalität in Europa. Ja, das wissen Sie, ich habe den wunden Punkt getroffen, danke für die Bestätigung. Und jetzt komme ich, jetzt komme ich, jetzt komme ich natürlich auch noch zu Christian Lindner. Christian Lindner sagt, die Konjunktur trübt sich an, wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, die Wirtschaft, ich glaube, so haben Sie es gesagt, wetterfest machen. Sie haben jetzt ganz tolle Forderungen nach mehr sozialer Marktwirtschaft unterm Strich zu haben, das unterstütze ich. Aber Sie treten an mit Ihrer Partei, mit den Vorschlägen von Macron für das Europäische Parlament. Sie machen gemeinsame Sache. Sie machen einheitlichen europäischen Mindestlohn, Aufweichung des europäischen Wettbewerbsrechts, einheitliche europäische Grundsicherung, ein milliardenschweres, von einigen Ländern nicht so finanzierbares Eurobudget und die Aufweichung der Maastricht-Kriterien, um die Geldfesten in Schach zu halten. Lieber Christian Lindner, wenn Sie das wollen, was Sie heute hier gesagt haben, können Sie machen. Nur dann dürfen Sie nicht FDP wählen bei der nächsten Europawahl, sondern die Union, wenn Sie Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit haben wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Werte sind hier angesprochen worden. Werte sind das, was uns zusammenhält in der Europäischen Union, auch gegenüber Populismus und den Leuten, die nicht für Europa sind. Aber ich hätte mir gewünscht, leider ist Katharina Barley als Spitzenkandidatin der SPD nicht mehr bei der Debatte über den nächsten Europäischen Rat. Das finde ich... Ich weiß nicht, ob Sie... Ich weiß nicht, sie ist ja beim Europäischen Rat und sie ist nicht die Spitzenkandidatin... Herr Czimiak, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Herr Präsident, ich weiß nicht... Sie ist wieder auf einer Demo gegen die Bundesregierung, oder was? Nein, ich sage Ihnen was. Ich hätte mir gewünscht, dass die Spitzenkandidatin der SPD etwas sagt zu den Vorkommnissen in Rumänien. Diese Regierung, Korruption, Aufweichung des Waffen... Sie müssen jetzt Ihren Schlusssatz sagen, Herr Czimiak. Sie haben schon eine Minute überzogen. Ich möchte, dass die SPD sich mal distanziert von den Leuten, mit denen sie gemeinsam Europawahlkampf macht und im Europäischen Parlament zusammenarbeiten will, die korrupt sind und in den Rechtsstaat aufweichen. Vielen Dank, Herr Präsident. So, jetzt kommt als nächster Redner Detlef Seif für die Fraktion der CDU-CSU... Herr Seif, Entschuldigung. Wir hatten eine Kurzintervention angemeldet von Stephan Liebig, dem ich das Wort erteile. Ja, lieber Paul Czimiak, ich wollte Sie jetzt nicht aus dem Konzept bringen mit meiner Zwischenfrage. Das ist ja ein ganz normales parlamentarisches Mittel. Aber wenn Sie das nicht wollen, dann mache ich das jetzt eben auf dem Weg der Kurzintervention. Sie unterliegen einem Irrtum, wenn Sie glauben, dass die massive Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauers Antwort auf Herrn Macron dem Neid der anderen Parteien geschuldet ist. Die Kritik basiert tatsächlich auf inhaltlichem Widerspruch. Über den Flugzeugträger ist ja schon eine Weile geredet worden. Aber ich will hier etwas anderes ansprechen. Also, wir haben natürlich auch massive Kritik an der Europäischen Union, wie sie jetzt ist. Aber es gibt eine Sache, die finden, glaube ich, wirklich alle gut. Das sind die offenen Grenzen in der Europäischen Union. Und dann lesen wir, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, dass die Einzigen, denen das nutzen würde, Kriminelle sind. Also, da würde ich schon gerne wissen, was Sie davon halten. Das ist eine massive Absage an das Beste, was die EU bietet. Das ist das Beste, was die EU bietet. Und da bin ich interessiert an Ihrer Position. Herr Kollege, vielen Dank für Ihren Hinweis. Das gibt mir die Möglichkeit, das noch einmal zu betonen. Erster Punkt. Sie haben doch natürlich, Sie ärgern sich anders als die anderen. Die anderen Parteien ärgern sich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer inhaltliche Vorschläge gemacht hat, die gut sind. Und das auf unser Konto einzahlt. Das auf unser Konto, das verstehe ich ja. Bei Ihnen ist ja noch mal, bei Ihnen ist ja noch eine größere. Sehen Sie, sehen Sie, wie diese, wie diese, ja, diese Nervosität, das ist schon irre. Also, also bitte, bitte. So, wir können, wir können, ich, ja, so, jetzt, kommt. Soll ich Sie mal ins Adenauerhaus einladen? Dann können wir gemeinsam weiter debattieren. Und ich gebe Ihnen auch, ich bin zwar jung und neu im Amt und habe noch nicht so viel Erfahrung als Generalsekretär, aber eine gute Kampagne kann ich den einen oder anderen Ratschlag zu Ihnen geben. Und Sie werden uns da vielleicht auch bei helfen, dass das für uns erfolgreich ist. So, und jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, bei Ihnen, bei Ihnen ist ja das Ärgernis ja noch viel größer, weil Sie ja grundsätzlich, schauen Sie sich Ihren letzten Parteitag an. Die Linke hat ein grundsätzliches Problem, wie Sie ja selber schreiben, wir wollen diese Europäische Union nicht. Ich muss sagen, ich schätze Sie persönlich, aber Ihre Partei, sie gehört nicht zu der Gruppe, die ein starkes Europa wollen, sondern Sie wollen diese Europäische Union schwächen. Deswegen unterhalten wir uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und jetzt sage ich Ihnen was zu den freien Grenzen und zu Schengen. Da müssen Sie mal rausfahren, müssen auch nach Brandenburg fahren. Na ja, na ja, na ja, na ja, ich weiß nicht, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das für die Menschen so lustig ist, die an der deutsch-polnischen Grenze wohnen und die Opfer von Diebstählen werden und das Gefühl haben, es gibt nicht genügend Landespolizei in Brandenburg, wo übrigens einige Teile von Ihnen regieren. Darum geht es doch. Die Menschen haben, wollen offene Grenzen, gar keine Frage. Aber wir erleben doch, dass Kriminalität über Grenzen hinweg geht, dass organisierte Kriminalität grenzübergreifend ist. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir, dann müssen wir doch unsere Sicherheitsbehörden unterstützen. Dann müssen wir doch in Europa die Sicherheitsbehörden vernetzen, um mehr Sicherheit zu schaffen, weil am Ende wird die Freiheit nur mit Sicherheit funktioniert. Und dazu müssen wir die Außengrenze der Europäischen Union und die Nahe. Herr Czimiak, Sie machen großzügiger Gebrauch von Ihrer Redezeit und haben jetzt auch Ihre Kurzintervention schon um fast eine Minute überschritten. Ich bitte Sie, jetzt Ihren Schlusssatz zu sagen, sonst muss ich Ihnen das Mikro abdrehen. Herr Präsident, Sie wissen, das ist richtig, dass wir mehr Sicherheitszusammenarbeit brauchen und trotzdem für Schenken stehen. Das ist das, was wir wollen. Ein starkes Schenken, Freiheit im Inneren, aber eben keine naive Politik. So, nun hat Herr Detlef Seif für die Fraktion CDU, CSU das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Auch wenn Großbritannien die Europäische Union verlassen wird, so bleibt es doch auf der Landkarte in Europa. Ein wichtiges Land, ein wichtiger Partner. Wir als Deutschland haben ein ureigenes Interesse, genauso wie die Europäische Union, dass auch zukünftig das Verhältnis freundschaftlich, eng und konstruktiv ist. Es kann auch niemand ein Interesse daran haben, dass dieses Land die Europäische Union ohne ein Austrittsabkommen verlässt. Das würde zu Verwerfungen führen, zu Unsicherheiten. Und der wichtigste Punkt, und das ist ja auch wirklich der Knackpunkt, ist die Entwicklung in Nordirland, der Friedensprozess. Es ist kaum vorstellbar. Aber wir stehen unmittelbar in den nächsten Jahren davor, wenn es zu einem harten Brexit kommt, wenn Auseinandersetzungen anfangen, dass der bewaffnete Konflikt wieder auflebt. Wir haben alle ein höchstes Interesse daran, eine derartige Entwicklung zu vermeiden. Was bei einigen Redebeiträgen nicht durchkommt, die EU ist bei den Verhandlungen bis an die Grenze des Machbaren gegangen. Ich würde sogar teilweise von Rosinenpicken reden, wenn es um die Notfalllösung für Nordirland geht. Man ist sogar bereit, den Zugang teilweise zum Binnenmarkt zu eröffnen für den Bereich Nordirland. Es ist unverständlich und sehr enttäuschend, dass gerade Theresa May, die maßgeblich Einfluss auf dieses Austrittsabkommen hat, viele Punkte entsprechen gerade ihrem Willen, es nicht geschafft hat, hierfür eine Mehrheit zu organisieren im britischen Unterhaus. Und jetzt der Antrag, kurze Verlängerung bis Juni 2016. Aber wofür? Im Brief an Donald Tusk führt sie aus, wir haben noch nationalen Umsetzungs- und Anpassungsbedarf für den Fall, dass das Austrittsabkommen denn angenommen worden sein sollte. Grundsätzlich ist der Vorschlag von Tusk, einer kurzen Verlängerung zuzustimmen, wenn in der nächsten Woche das britische Parlament das Abkommen annimmt, zutreffend und ich denke auch zielführend. Allerdings, warum geben wir den Briten an der Stelle nicht noch ein paar Tage mehr Zeit, 11. April. Ich sage auch, wie ich darauf komme. Die Frist sollte im ersten Schritt erst bis zum 11. April verlängert werden und nur unter der Bedingung, dass dann ein Austrittsabkommen vorliegt, bis einschließlich zum 22. Mai 2019, dem Tag vor dem Beginn der Europawahl. Meine Damen und Herren, eine Verschiebung des Austrittsdatums bis Ende 2019 oder darüber hinaus kommt nur in Betracht, wenn Großbritannien sich an den Europawahlen und an den Wahlen zum Europäischen Parlament beteiligt. Nach Informationen, die ich aus Großbritannien habe, ist es so, der Wahlleiter muss bis spätestens zum 12. April 2019 die öffentliche Wahlbekanntmachung umgesetzt haben. Das ist eine absolut rote Linie. Wir müssen vermeiden, dass der politische Stillstand, die Unruhe und die innenpolitische Krise des Landes in die EU getragen wird. Und beteiligt sich Großbritannien nicht an den Wahlen, ist das Parlament unvollständig und damit zunächst falsch besetzt. Konsequenz rechtliche Unsicherheit. Eventuell sind sogar Neuwahlen erforderlich. Aber jedenfalls würde sich die Wahl der EU-Kommission deutlich verzögern. Die EU-Institutionen wären vorübergehend handlungsunfähig. Das Ergebnis wäre letztlich eine deutliche Zunahme der Politikverdrossenheit und Wahlverdrossenheit in ganz Europa. Es ist schon sehr bedauerlich, dass Populisten es geschafft haben, das schädliche und völlig überflüssige Brexit-Verfahren auf den Weg zu bringen. Wir dürfen es aber keinesfalls zulassen, dass diese politische Idiotie auf die Europäische Union überschwappt und zu einem europäischen Populismusförderprogramm wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Jürgen Hardt für die CDU CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zunächst an die Adresse von Christian Lindner sagen, dass wir gestern in der EVP eine vollständige Suspendierung aller Mitgliedsrechte von Fidesz in der EVP beschlossen haben. Und dass diese Entscheidung für die ALDE-Fraktion und die ALDE-Partei in Europa, im Blick auf den liberalen Partner in Rumänien, der an dieser unsäglichen sozialdemokratischen ... Die ALDE, auf der ALDE-Homepage finden Sie dazu keinen Hinweis. Und die ALDE-Rumänien ist bei Ihnen als Mitglied geführt. Und auch die SPD, die europäische SPD, wäre gut beraten, das, was wir gestern in einer schweren und auch für viele sehr anstrengenden und auch emotional anstrengenden Debatte im EVP-Vorstand beschlossen haben, das auch in der SPE und in der ALDE nachzuvollziehen. Wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, weisen immer mindestens drei auf einen zurück. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Aspekt des europäischen Gipfels eingehen, der meines Erachtens auch von großer Wichtigkeit ist. Dieser Gipfel wird ... Der Europäische Rat wird auch den Gipfel EU-China vorbereiten, der am 9. April bevorsteht. Ich glaube, dass die Europäische Union bisher nicht ausreichend auf die Herausforderung China vorbereitet ist. Ich glaube, dass die Europäische Union rasch eine eigene und geschlossene Strategie im Umgang mit China, mit den Chancen aus der wachsenden Beziehung zu China, aber auch natürlich mit den Herausforderungen geschickt umzugehen braucht. Ich begrüße, dass die Europäische Kommission ein Strategiepapier vorgelegt hat in der vergangenen Woche, das doch einige Punkte ganz zentral benennt, die sicherlich in China nicht unbedingt völlige Begeisterung auslösen, aber die wir auch klar benennen müssen. China betreibt etwas, das ich als smarten Imperialismus bezeichnen möchte. China hat enorme finanzielle Ressourcen und China setzt diese finanziellen Ressourcen auch ein, um auf dem Weg eines auch ein Stück weit unfairen Wettbewerbs in Europa wirtschaftlichen Boden zu gewinnen und Entschlüssen und Technologien zu gelangen. 950 Milliarden Dollar werden investiert in die sogenannte Seidenstraße. Die Staaten, die Partner Chinas, die sich darauf einlassen, bekommen Verträge per PDF zugeschickt. Sie können dann noch das Datum und die Unterschrift einsetzen. Und in vielen dieser Verträge verpflichten sich zum Beispiel die Partner Chinas dazu, dass zukünftig Menschenrechtsfragen zwischen den Staaten China und dem jeweiligen anderen Partnerstaat nicht mehr angesprochen werden. Ich glaube, wir müssen offen diskutieren, dass China mit seiner Wirtschaftsstrategie auch ganz klar politische Ziele verfolgt, dass China ein Problem hat mit der Achtung internationalen Rechts, was wir beim Zugang zu den Weltmeeren angeht. Als China mit einem Kriegsschiff durch den englischen Kanal Richtung Ostsee fuhr, hat die britische Regierung gesagt, das ist ja in Ordnung, aber wie ist das eigentlich, wenn wir bei euch in China mit dem Schiff fahren? Sondern haben die Chinesen geantwortet, britische Hoheitsgewässer, britisches Recht, chinesische Hoheitsgewässer, chinesisches Recht. Eine klare Missachtung des internationalen Rechts an diesem Punkt, wie in vielen anderen Punkten auch. Das muss uns klar sein. Ich glaube auch, dass die Industriestrategie der Europäischen Union darauf ausgelegt sein sollte, dass wir in bestimmten Schlüsselbereichen schon sicherstellen, dass diejenigen, die die Technologie herstellen und anbieten, sich an die europäische Rechtsordnung halten müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir im Bereich von 5G etwa auf europäische Partner, was Hart und Software zurückgreifen können. Dies alles sollte innerhalb der EU und in Vorbereitung zu diesem Gipfel EU-China am 9. April diskutiert werden, dass wir mit einer klaren gemeinsamen Linie in diesen Gipfel gehen. Und in diesem Sinne möchte ich die Bundesregierung ermutigen, das auch zu tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Deshalb beende ich die Aussprache über die Regierungserklärung zum Europäischen Rat. Wir haben noch Abstimmungen über Entschließungsanträge, und zwar über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache Drucksache 19 86 05. Ich frage, wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19 86 06. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Diesmal Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der FDP gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke ist damit der Antrag von der Mehrheit des Hauses abgelehnt. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 25 a.